Das ist jetzt kein Joker. Die sagen dann nicht, ach du bist Patient, das ist super. Sondern es ist sogar noch wahrscheinlicher, wie gesagt, dass die Kosten steigen werden. Ich kann immer nur davon abraten, bei irgendwelchen Testungen mitzumachen. Man hat keinerlei Verpflichtung und es kifft einem auch nicht. Es ist nicht so, als ob der Polizist sagt, Mann, hast die Tests ja toll gemacht, jetzt verzichte ich aber auf die Blutentnahme. Das wird nicht passieren. Der hat man Folge zu leisten, aber nur die Blutentnahme selbst. Man darf seinen Arm nicht wegziehen. Das gilt dann schon als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Man unterschreibt nichts und man widerspricht immer wieder dieser Anordnung. Generell gilt immer freundlich und bestimmt bleiben. Hallo zusammen. Wir haben heute den 23. April 2024. Das ist wichtig, weil sich gerade sehr viel verändert in Sachen THC und Führerschein. Wir sind in der Zeit nach dem Cannabis-Gesetz, also auch nach der Änderung der Fahrerlaubnisverordnung, aber noch vor der Einführung eines neuen Grenzwertes und möglicher anderer Änderungen, die da am Straßenverkehrsgesetz noch vorgenommen werden und wollen hier einmal besprechen, was jetzt eigentlich in Sachen Cannabis und Führerschein alles gilt, was wichtig ist, worauf man achten muss und so weiter. Und das bespreche ich mit meinem Gast heute, Rechtsanwalt Oliver Rabatt. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Wir fangen erst mal an mit einem kurzen Rückblick. Sag uns doch mal, was galt denn bis 01.04. einfach mal so, um reinzukommen, bevor wir dann eben darauf eingehen, was jetzt aktuell gerade gilt. Okay, da gehen wir wahrscheinlich am besten mal ins Jahr 2019 zurück. Da gab es die erste große Änderung, das war der 11. April 2019. Bis zu diesem Zeitpunkt verlor man seinen Führerschein, wenn man mit mehr als einem Nanogramm aktives THC im Blut im Straßenverkehr erwischt wurde und man gelegentlicher Cannabiskonsument war. Ja, da war der Fahrerlaubnisentzug zwingend und man konnte seine Fahrerlaubnis erst wiederbekommen, wenn man erfolgreich in der MPU bestand. Es gab natürlich schon immer Zweifel an der Verhältnismäßigkeit dieses Vorgehens, aber erst am 11. April 2019 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass praktisch dieses Vorgehen der Fahrerlaubnisbehörden rechtswidrig sei. Man müsse dem Fahrerlaubnisinhaber die Möglichkeit einräumen, seine Eignung mittels einer MPU praktisch doch darzulegen oder zu beweisen. Und das hatte dann in der Folge, war das Problem praktisch, dass man innerhalb kurzer Zeit eine MPU erfolgreich bestehen musste. Ja, es war leider häufig ein Wettrennen. Es wurde häufig eine Abstinenz gefordert vor einem halben Jahr. Und da kam es dann dazu, dass die Leute teilweise eine MPU versuchten, die nicht bestanden, weil der Abstinenzzeitraum nicht ausreichend war, dann ihre Fahrerlaubnis verloren und dann praktisch noch eine zweite MPU machen musste. Kritiker bezeichneten das Ganze so danach, dass das Bundesverwaltungsgericht den Leuten an Steine statt Brot gegeben hat. Man wollte helfen, aber am Schluss endeten die Leute häufig mit zwei MPUs, die sehr kostenintensiv waren. Ja, das war der Stand jetzt eigentlich bis zum 1. April 2024. Da wurde jetzt die Fahrerlaubnisverordnung geändert. Es gibt einen neuen § 13a Fahrerlaubnisverordnung, der speziell die Cannabis-Problematik behandeln soll. Und wie ich das Gesetz interpretiere, ist die große Änderung jetzt eben, dass man nicht beim Erstverstoß jetzt diese MPU absolvieren muss, sondern erst beim zweiten Verstoß. Was das angeht, haben wir auch eine relativ starke Angleichung an das Verfahren an dieser Aktionsspirale bei Alkohol, richtig? Ja, das ist eben das Ziel gewesen laut Gesetzgeber. Und deswegen interpretiere ich die Norm auch so. Ja, es gibt natürlich noch immer Unsicherheiten, aber ich wüsste nicht, wie man die Norm sonst anders interpretieren könnte. Ja, also da ist der Wortlaut des § 13a Nummer 2 Nummer B eigentlich relativ eindeutig. Ja, was leider offengelassen wurde, ist, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, eben eine MPU bei Missbrauch praktisch aufzuerlegen. Wir aber alle nicht wissen, wann Missbrauch vorliegen soll. Ja, wenn man jetzt, wie gesagt, sich die Regelungen anguckt, wird das ja wohl kaum ein einmaliger Verstoß sein, weil dann ist dieser B-Paragraf dann total überflüssig. Also dann hätte man nichts geregelt. Und was ich mir da eigentlich vorstelle, man versucht sich ja irgendwie, ne, Fälle zu kreieren, wo dieser Missbrauch vielleicht darlegen könnte oder vorliegen könnte, wäre vielleicht dann Alkohol gemischt mit Cannabis, THC. Ja, das könnte wahrscheinlich so ein Missbrauchfall sein. Oder vielleicht die Fälle, wo eben keine Ordnungswidrigkeit vorliegt, sondern eine Straftat. Also es gibt ja auch Ausfallerscheinungen mit THC-Werten. Und da gibt es ja in den südlichen Bundesländern. Oder egal, wenn man Pech hat, ja, ein Unfall und man hatte THC im Blut, da gab es dann häufig so eine Sanktion, dass die Reaktion der Justiz da ist, das muss ja am THC gelegen haben, dass nüchternen Verkehrsteilnehmern auch Unfälle passieren, hat die da nicht so interessiert. Das könnten Fälle sein, die auch jetzt nach dem 1.4. als Missbrauch praktisch subsummiert werden. Damit hast du auch schon eine der Fragen beantwortet, die unsere Community im Prinzip mir mitgegeben hat für dieses Gespräch. Nämlich, was ist Missbrauch nach jetziger Definition? Und ihr habt uns wirklich einen Haufen Fragen mitgegeben. Wir versuchen möglichst viele davon abzuarbeiten. Alle werden wir nicht schaffen. Die sind teilweise auch sehr detailliert und ähnlich zueinander und so weiter. Aber wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Und im Wesentlichen sind die Fragen, die ich hier stelle, tatsächlich die, die ihr uns vorher in die Kommentare geschrieben habt bei der Ankündigung dieses Gesprächs. Und der erste Punkt, den ich jetzt hier von Kollegen Konstantin-Urins zusammengesammelt hier auf einer Liste habe, ist der, welcher Grenzwert eigentlich jetzt gerade gilt. Also Stand heute gilt immer noch der von den Gerichten und der Grenzwertkommission festgelegte Wert von einem Nanogramm, also aktives THC. Also es ist die Nachweis oder der analytische Grenzwert. Und das ist im Moment noch geltendes Recht. Die Frage kommt ja auch daher, weil jetzt schon Wissing die Expertenkommissionsergebnisse dargelegt hat, Ende März, wir angekündigt, wo jetzt eben 3,5 Nanogramm vorgeschlagen werden. Und manche denken, sagen, wie auch immer, dass jetzt schon teilweise sich die Führerscheinstellen an dem 3,5 Nanogramm-Grenzwert orientieren. Oder dass man vor Gericht vielleicht schon dann die Richter, dass die sich dann schon an den 3,5 Nanogramm-Grenzwert orientieren. Aber der ist ja nicht gesetzlich festgelegt, der 3,5 Nanogramm-Grenzwert, sondern höchstrichterlich vom Bundesgerichtshof. Und daran hat sich erstmal nichts geändert. Bloß wenn eine Expertenkommission irgendwas vorgeschlagen hat. Insofern würde ich auch sagen, unabhängig davon, was vielleicht ein einzelner Sachbearbeiter in Führerscheinstellen machen oder ein einzelner Richter macht, muss man erstmal davon ausgehen, dass weiterhin diese 1 Nanogramm-Geschichte gilt, bis eben entweder ein höchstrichterliches Urteil anders lautet oder eben der Gesetzgeber einen anderen Grenzwert festlegt. Was jetzt auch im Verfahren ist. Also wir sind jetzt eben am 23. April, da haben wir gerade vor ein paar Tagen gesehen, einen Gesetzentwurf, der jetzt noch vor dem 1.7. in Kraft treten soll. Dann reden wir wieder über andere Dinge. Aber diese zukünftigen Fragen machen wir jetzt am Ende dieses Videos. Jetzt reden wir erstmal über die Situation nach dem Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes und bevor irgendwelche anderen Änderungen noch stattfinden werden. Aber da hast du schon Stichwort genannt. Nur weil das jetzt der Grenzwert ist, heißt das nicht, dass man irgendwie Bußgeldbescheide hinnehmen sollte. Ja, genau so. Es ist jetzt natürlich gerade wichtig, dagegen noch vorzugehen. Ja, was rechtskräftig ist, das wird nicht aufgehoben. Ja, wenn Rechtskraft ist, haben wir ein Problem. Und das heißt, auf keinen Fall irgendwelche Bußgeldbescheide hinnehmen. Das ist ja auch wieder ein Vorteil. Wir wissen nicht, wann die Annehmung kommt, ob sie wirklich kommt. Aber bis dahin sollte man sämtliche Mittel ausreizen. Das kann auch jeder Bürger selbst machen. Dann braucht man keinen Anwalt für, das ist ein Einzeiler. Hiermit lege ich gegen den Bußgeldbescheid vom so und so viel ein Aktenzeichen Einspruch ein. Mehr muss man nicht machen an die ausstellende Behörde. Die haben da ja immer auch eine Rechtsmittelbelehrung. Das kann jeder selbst machen und das sollte auch jeder selbst machen. Die Gerichte brauchen Monate, um es überhaupt zu terminieren. Und selbst wenn es dann im nächsten vier, fünf Monaten nach Erlass des Bußgeldbescheids zu einer Terminierung kommt, braucht man auch nicht mal unbedingt einen Anwalt in der Verhandlung selbst. Man macht deutlich, man wird eine Verurteilung nicht hinnehmen und legt dann Rechtsmittel ein. Und dann wird man vielleicht einen Anwalt benötigen zur Begründung. Aber an sich ist es ja klar, es wird ein Spiel wieder gegen die Zeit. Wer wird schneller sein? Das Oberlandesgericht, das dann entscheidet über die Rechtmäßigkeit des Urteils? Oder ist der Gesetzgeber schneller? Und es geht ja immerhin um 500 Euro plus Verfahrenskosten. Übrigens in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sind die teuersten. Es sind die Verfahrenskosten fast so viel wie diese Bußgeldkosten. Da kommen sie auf fast 1000 Euro. Zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot. Sollte man sich gegenwehren. Das ist einfach äußerst ärgerlich, wenn man das versäumt. Weil die Bußgeldbehörden, die stellen jetzt ja nicht ihre Arbeit ein. Genauso wenig wie die Polizisten ihre Kontrollen eingestellt haben. Gut, dann haben wir den ersten praktischen Tipp für euch. Alle, die jetzt mittendrin sind im Führerscheinverfahren oder deren Verkehrsverstoß hatten, die ein Bußgeldbescheid auf dem Tisch haben, legt Widerspruch ein, zieht das Ganze in die Länge, während gleichzeitig im Bundestag... Einspruch, Einspruch. Einspruch, ja, einlegen. Während gleichzeitig im Bundestag der neue 3,5-Nanogamm-Grenzwert beraten wird, der soll auch im Eilverfahren durchgezogen werden. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass der schon so Richtung Anfang Juli in Kraft treten könnte jedenfalls. Und das sind gerade noch gut zwei Monate, zwei Monate, eine Woche. Wenn ihr es schafft, euer Verfahren so lange in die Länge zu ziehen, gerade wenn ihr unter 3,5-Nanogramm wart, habt ihr dann gute Chancen, dass das Verfahren dann einfach eingestellt wird, wenn ihr bis dahin das verzögert kriegt. Und das ist wirklich nicht weiter schwierig, weil die Gerichte sind langsam. Also ich erlebe das nie, dass ein Gericht binnen drei Monaten terminiert. Also da muss man eben zocken. Und wie gesagt, bis das dann wirklich selbst vom OLG dann abgesegnet wurde, reden wir über neun Monate. Ja, also ran, keine Verurteilung hinnehmen. Die älteren Fälle besprechen wir gleich nochmal. Also wer den Führerschein schon verloren hat, entzogen oder zurückgegeben, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich komme jetzt erstmal zur nächsten FAQ, nämlich die Abbauwerte. Ob die noch eine Rolle spielen? Vielleicht sollten wir doch nochmal, Entschuldigung, einen Punkt zurückgehen. Wir sind ja gerade im Bereich, du hast ein Bußgeldbescheid bekommen. Wirklich? Was ist eigentlich, wenn der Bußgeldbescheid vielleicht sogar auch schon rechtskräftig ist, aber du hast vor dem 1. April eine Anordnung bekommen, eine MPU beizubringen? Da sind die Fristen ja unterschiedlich ausgestaltet gewesen, zwei Monate, drei Monate. Erwarte nicht, dass die Behörde sich jetzt nach dem 1. April von alleine bei dir meldet und sagt, oh, hey, die MPU musst du jetzt doch nicht machen. Dann fragt nach, anschreiben und nachfragen, wird das jetzt aufrechterhalten? Ich habe da was flüstert hören in der Paragraph 13a Fahrerlaubnisverordnung. Da ist ja vom wiederholten Verstoß die Rede. Ich habe keinen wiederholten Verstoß. Nimm dir die Anordnung zurück. Du möchtest ja irgendeine Art Guideline bekommen. Was du nicht möchtest, ist dein Führerschein verlieren. Und du möchtest eine belastbare Antwort von denen bekommen. Wirst du vielleicht nicht unmittelbar bekommen. Die wissen im Moment auch nicht, was sie zu tun haben. Aber sende ein Lebenszeichen. Also ich habe das bei Mandanten erlebt, die dann Anfang April dann doch noch zur MPU gegangen sind, weil natürlich alles so weit gediehen war, dass die nur noch zur MPU-Prüfung selbst hin mussten. Die hatten auch schon bezahlt, konnten nicht mehr rechtzeitig den Termin absagen und hatten das nötige Geld. Also die haben es dann jetzt erst mal gemacht und wenn sie es bestehen, reichen sie das Ding ein. Wenn sie es nicht bestehen, sagt man hier, was ist Sache, warum habt ihr es nicht aufgehoben? Ich bin ja gar nicht dazu verpflichtet. Aber da möchte man Klarheit haben. Und die Anordnungen sind ja rausgeschickt worden bis zum März. Und da redest du nicht von Einspruch oder Widerspruch, weil es kein Verwaltungsakt ist, diese Anordnung einer MPU, sondern von Nachfragen. Ja, wollt ihr wirklich, dass ich jetzt noch die MPU mache? Insbesondere bei Erstauffälligen, wo man eben sagen kann, okay, es ist keine wiederholte, kein wiederholter Verkehrsverstoßen. Eigentlich sollte da keine MPU mehr angeordnet werden. Weil von alleine machen die es eigentlich nicht. Die haben einfach zu viel zu tun und wissen nicht genau. Und man selbst möchte ja Klarheit haben. Jetzt aber zum Thema Abbauwerte. Das wird ständig gefragt und gesagt und so weiter. Ja, das sollte jetzt keine Rolle mehr spielen. Es spielt ja auch bei Alkohol keine Rolle, ob ich jetzt meine Leberwerte auf regelmäßigen Konsum schließen lassen oder so. Und die Abbauwerte wurden immer negativ ausgelegt den Leuten, ohne dass sie ja eigentlich eine Fahrbeeinträchtigung irgendwie anzeigen oder irgendeine Berauschung oder so, weil eben kein THC ist, sondern irgendwelche Abbauwerte, die gar nicht psychoaktiv sind und einen nur als mehr oder weniger belegentlichen oder regelmäßigen Konsumenten abstempeln. Welche Rolle spielen jetzt im Moment nach jetziger Rechtslage die Abbauwerte noch? Es gibt ja einige, die sagen gar keine Rolle mehr, ist irrelevant und so weiter. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob man das so pauschal sagen kann. Also wenn wir uns jetzt nochmal in den neu geschaffenen 13a-Vererlaubnisverordnungen eben Cannabis-Problematiken anschauen, haben wir ja auch so was, Tatsachen, die die Annahme von Cannabis-Abhängigkeit begründen. Und da gibt es ja diese alte Rechtsprechung, ab 150, Karbonsäure ist die Rechtsprechung immer von regelmäßigem Konsum ausgegangen. Und die MPU stellen dann ja eigentlich dann von einer Art Abhängigkeit. Deswegen haben die ja immer dieses Ja Abstinenz gefordert. Ob die das jetzt einfach so aufgeben werden oder ob die jetzt sagen, es ist schon noch interessant zu wissen, was das auch für eine Art Konsument ist. Ich glaube nicht, dass die das einfach so aufgeben werden. Die müssten ja was umstellen. Billiger wird es dadurch auch nicht. Die testen es einmal. Und am Schluss ist es schon ja auch noch immer interessant, das haben wir ja auch bei diesen Empfehlungen zu Anhebungsgrenzwertes gelesen und gelernt, dass natürlich auch das Konsumverhalten eine Rolle spielen kann. Also es kann ja sogar entlastend sein am Schluss. Wer häufiger kifft, ist eben dann vielleicht auch erfahrener. Hat eine höhere Toleranz und ist will die überinträchtigst du. Und jetzt im Gegensatz zu dem, der das erste oder zweite Mal in seinem Leben gekifft hat und sich dann im Straßenverkehr erwischen hat, so ganz würde ich das noch nicht irgendwie ganz adakter legen. Aber so richtig zwingend ist es nicht. Gut, für mich jetzt als Nicht-Jurist zusammengefasst, würde ich sagen, das steht nicht im Gesetz konkret drin, von wegen nutzt die Abbauwerte für die und die Erkenntnis, sondern ist halt schwammiger. Es ist doch immer die Frage, legt Missbrauch vor oder abhängiger Konsum vielleicht oder missbräuchlicher und er könnte seinen Führerschein stellen in dem Zusammenhang. Ich benutze ihn auch immer ein bisschen als Hilfsmittel. Also wenn man dann jetzt anruft, Leute, die ich nicht kenne und die fragen, hey, wie sieht es denn jetzt aus, frage ich schon auch nach, ob das jetzt... Aber du als Anwalt selber fragst du dann. Ja, also das ist so, weil ich natürlich immer überlege, was könnte der Feind denken. Ja, also so, wo könnten die jetzt was her zaubern? Und begeistert bin ich dann nicht unbedingt, wenn ich höre, dass es Werte über 150 sind. Das ist aber nur ein Hilfsmittel für mich. Ich kann die Zukunft ja auch noch nicht so einschätzen, wie die Gerichte damit umgehen. Die Fahrerlaubnisbehörden, aber ganz toll ist es nicht. Ich habe mich nie gefreut, als ich die gehört habe. Und im Übrigen, wir hatten ja kurz diesen Ausblick. Früher hat man ja gleich die Fahrerlaubnis entzogen bekommen. Also ohne Möglichkeit der MPU, weil man dann regelmäßiger Konsument war. Und dass so ein Umdenken jetzt eintritt oder ob die das noch immer versuchen, dann unter Missbrauch vielleicht zu subsumieren, könnte auch nicht möglich sein. Jetzt auch eine wichtige Frage, wie ist das bei Fahrradfahren? Bei Fahrradfahren gibt es da jetzt eigentlich keine Grenzwerte. Ja, wir haben das ja bei Fahrrad und Alkohol gibt es schon diese Trunkenheit im Straßenverkehr, aber wir haben keine Ordnungswidrigkeit bei Fahrradfahren. Ja, und da ist natürlich einfach die Grenze absolut fahrun. Also nur Taumeln, was weiß ich was. Und das ist, glaube ich, 1,7 bei Alkohol für Fahrradfahrer. Also ein verdammt hoher Wert. Und habe ich noch nicht erlebt. Also ich habe noch keinen Fahrradfahrer erlebt, wo sie den Versuch geunternommen haben, dem eine Straftat wegen THC-Einfluss und Fahrrad an den Hals zu gehen. Und zu erscheinen zu entziehen, mit anderen Worten. Ja, es ist ja ein erster Schritt immer, kommt die Strafbehörde. Also ich höre ja gar nichts von der Führerscheinbehörde, wenn ein Strafrichter auf die Idee kommt, da irgendwas zu machen. Da habe ich noch keine Verurteilung an ihm. Man führt ja kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr. Also das ist ja eine gute Nachricht, dass alle, die irgendwie mal kiffen wollen mit ein paar Kumpels, dass die dann auch auf der sicheren Seite sind, wenn die sagen, gut, ich fahre jetzt heute mit dem Fahrrad nach Hause. Ich will leider lieber auf Nummer sicher gehen. Egal, ob ich mich jetzt total bekifft fühle oder nicht. Ich kann auch total bekifft sein. Ich kann im Prinzip auch mit knatschroten Augen durch die Gegend fahren und vielleicht ein bisschen langsam antworten, wenn mich die Polizei anhält. Ich bin trotzdem auf der sicheren Seite mit dem Fahrradfahren. Ja, also wie gesagt, die Polizisten werden aber schon versuchen, einem dann ein bisschen was anzudrehen. Also wenn man dann da taumelt oder was weiß ich was, kann es dann doch schon wieder gefährlich werden. Und man sollte nicht gleichzeitig auch total besoffen sein dabei. Ja, das sowieso nicht. Keine Mischung Alkohol und THC. Auch gut zu wissen, mag schon mal vorkommen. Und jetzt die nächste Frage, die sich da anschließt, ist E-Scooter. E-Scooter ist relativ schockierend. Es wird einfach im Kraftfahrzeug gleichgesetzt, Punkt. Also das gelten die alten Grenzwerte noch. Also ab einem Namogramm ist man voll drin. Also total bitter, aber es ist mittlerweile gefestigte Rechtsprechung. Am Anfang hatte man noch die Hoffnung, dass man ein bisschen argumentieren kann. Ist ja eher am Fahrrad ähnlich. Man kann keine Spitzengeschwindigkeiten erzielen. Man sieht hier in Kreuzberg die 13-10-Jährigen damit rumfahren. Aber das ist durch. Also die sagen, nö, nö. Es ist ein Kraftfahrzeug gleichzustellen. Mit den ganzen Konsequenzen. Ab einem Nanogramm ist man dran. Also nach dem Kifferabend unbedingt Autos stehen lassen und unbedingt Fahrrad benutzen und nicht ein E-Scooter. Auf keinen Fall E-Scooter. Vielleicht ein E-Bike. E-Bike ist auch okay, wenn es kein Pedelec ist, was total schnell ist. Richtig. Da haben wir immer diese Grenze. Man darf nicht über, was ist das, 25 oder so weiter. Der Motor darf nicht zu stark unterstützt sein. Okay. Patienten. Riesenbereich an sich. Auch was Cannabis und Führerschein angeht. Aber ändert sich überhaupt irgendwas jetzt erstmal? Wir reden ja jetzt vor allen Dingen über die Veränderungen, die sich durch das Cannabis-Gesetz ergeben haben. Müssen wir da überhaupt drüber sprechen? Im Sinne von Veränderungen im Gegensatz zu vorher? Wir haben ja jetzt diese Möglichkeit, dass die Rezepte, dass das jetzt kein BTM-Rezept mehr ist. Mehr sind die Auswirkungen nicht wirklich. Beziehungsweise ich habe noch ein bisschen Probleme bei der Einordnung. Ja, also mein Eindruck ist, Cannabis als Medizin war jetzt bei dem Cann-G-Gesetz kein relevanter Faktor. Ich glaube, die hatten den Eindruck, die Rechtsprechung macht das schon alles. Und irgendwie hat man sich da auf so einem Level eingependelt, das schon ganz gut funktioniert. Mein persönlicher Eindruck als Anwalt ist, dass das überhaupt eigentlich relativ bitter ist. Also wäre gut gewesen, hätte man da eine Klärung herbeigeführt, hat das aber nicht getan. Und die einzige Hoffnung, die ich jetzt eigentlich habe, ist, dass dadurch, dass es leichter zu verschreiben ist, vielleicht die Verhältnismäßigkeit dann doch wieder in den Vordergrund rückt, ob die Fahrerlaubnisbehörden einem wirklich so ein Kontrollregime unterwerfen dürfen, sobald die erfahren, dass man Cannabis-Patient ist. Also bis zum 1. April war das ja immer so, sie geraten in eine Verkehrskontrolle, können sich ausweisen. Wenn sie Glück haben, verzichten. Die Polizisten auf Blutentnahme war aber auch unterschiedlich gehandhabt. Es gab Bundesländer Thüringen, die haben dennoch immer eine Blutentnahme angeordnet, auch mehrfach. Ja, bei denen kam das nicht an, dass sie dieses Medikamentenprivileg gibt. Und als nächstes gab es dann häufig Post von der Führerscheinbehörde, die ein ärztliches Gutachten anordnete. Hintergrund war, dass man sagt, oh, Cannabis wird nur bei schwerwiegenden Erkrankungen verschrieben und schwerwiegende Erkrankungen können immer Auswirkungen auf die Vereignung haben. Das müssen wir, da müssen wir ran. Punkt. Ja, das war immer das Argument. Erstmal mussten sie sich ausziehen, mitteilen praktisch, was für eine Erkrankung, Unterlagen vom Arzt beibringen. Und dann kam aber dennoch die Anordnung fachärztliches Gutachten, sehr kostenintensiv. Und danach kam dann häufig eine PU-Anordnung. Das heißt, man wollte Leistungstests mit ihnen dann machen, um zu testen, wie sind ihre Reflexe unter dem THC-Einfluss, unter den Wirkungen ihres Medikaments, auch sehr kostenintensiv. Und wenn man in der Vergangenheit irgendwann mal einen Verstoß hatte im Zusammenhang mit Cannabis, dann kam sogar eine MPU-Anordnung. Und diese MPU, doppelt so teuer wie für Genusskiffer. Das ist so ein bisschen, was wir aus Süddeutschland in Deutschland geerbt haben. Die haben das so durchgesetzt. Und ich sehe immer mehr Fahrerlaubnisbehörden in Deutschland, die das so kopieren. Und ich hoffe, dass man da mal einen Mandanten findet, der jetzt bei dieser Anordnung des ärztlichen Gutachtens, dass wir das mal gerichtlich klären lassen. Das ist ja eine prinzipielle Frage. Wie weit bin ich bereit oder bin ich gezwungen, damit zu wirken, wenn nichts gegen mich vorliegt, außer der Umstand, dass ich Cannabis-Patient bin? Und eine optimistische Interpretation der Änderung ist jetzt, dass vielleicht gar nicht mehr so sehr, weil in Führerscheinstellen danach geguckt wird, weil jetzt nicht mehr zwingend eine schwerwiegende Erkrankung ist, wie vorher. Das Image war, das war eigentlich vorher formal ja auch schon nicht so. Die Ärzte konnten ja auch ohne Erstattung durch die Krankenkassen auch für leichtere Erkrankungen Cannabis verschreiben. Aber das Image war auf jeden Fall, das geht nur bei einer schwerwiegenden Erkrankung. Und deswegen haben sich die Führerscheinstellen auch vor allen Dingen für diese Grunderkrankung interessiert, die dahinter steht sozusagen. Und deine optimistische Interpretation ist jetzt, dass sie das vielleicht dann jetzt gar nicht mehr so interessiert. Ja, beziehungsweise, dass wir uns dagegen wehren können. Also das müssen wir einfach dann mal klären. Also wir haben ja immer das Problem im Fahrerlaubnisrecht. Wir kriegen eine Anordnung aufgedrückt, gegen die können wir gerichtlich gar nicht vorgehen. Ja, das ist immer nur eine vorbereitende Maßnahme der Behörde. Und das heißt, uns ist der Rechtsweg verschlossen. Wir müssen dann prinzipiell entscheiden, kommen wir denen nach, versuchen wir es. Oder wenn wir uns dagegen entscheiden, wissen wir uns, wird die Fahrerlaubnis entzogen und wir müssen zu den Verwaltungsgerichten. Und die aufschiebende Wirkung, also da praktisch die Erlaubnis wieder erteilt bekommen. Ja, und das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Also ich kann den Leuten ja nicht versprechen, dass wir da vor Gericht gewinnen. Aber wenn jemand da mutig ist, da bereit ist, in der Fall das mitgibt, dann sollte man da jetzt mal gucken, ob das einfach so geht, wie sich die Behörde das vorstellt. Ja, oder ob man da mal prinzipiell dazwischen rutscht und zwischenschlägt, weil es sind einfach massive Kosten, die damit einhergehen. Und wir wissen alle, dass kranke Menschen nicht gerade, also häufig leider nicht gerade, auf Rosen gebettet sind. Also finanziell ist das für die Menschen häufig ein Knockout. Und dann heißt es, sie haben sich zu entscheiden, darf ich Cannabis als Patient zu mir nehmen und meine Fahrerlaubnis behalten. Also Cannabis können sie ja nehmen als Patient, aber wenn die Fahrerlaubnis dann weg ist, ist das natürlich schon ätzend. Viele lassen sich jetzt auch Cannabis verschreiben, genau wegen dieser Führerscheinfrage. Und nachdem das jetzt eben leichter verschrieben werden kann, weil es kein BTM mehr ist, haben halt viele die Hoffnung, die vielleicht auch Symptome haben entsprechend, ja, Cannabis hat ja eine relativ breite Anwendung, dass sie dann führerscheinmäßig auf der sicheren Seite sind. Ist es so? Also meine Erfahrung ist, es gab dann eben 2017, gab es mal so einen Zeitpunkt, da lief das gut mit den Verschreibungen. Also da sind viele dann dieses Cannabis als Medizin reingerutscht und die Behörden wussten damit nicht umzugehen. War dann auch teilweise wichtig, ich habe ja erläutert, bis zum 11. April 2019 hat man beim Erstverstoß eine Fahrerlaubnis verloren. Und es war für viele Leute natürlich dann auch ein Anlass, diese Selbstmedikation zu beenden und praktisch das Ganze zu legalisieren. Ich finde, da ist so ein bisschen die Luft raus seit dem 11. April 2019 und man muss sich wirklich gut überlegen, ob man es braucht, weil natürlich diese ganzen Auflagen, von denen ich erzählt habe, die sind bei Weiben teuer, also sind sehr teuer. Es ist so, wir reden hier, dieser MPU kostet 1600 Euro aufwärts, so ein ärztliches Gutachten, 800 Euro, 900 Euro. Also wir reden über verdammt viel Geld und ich würde das immer unterscheiden vom Krankheitsbild. Ja, also wenn ich jemand bin, der Schlafstörungen hat und es nur abends nehme, dann würde ich eher von Cannabis als Medizin Abstand nehmen, wenn die Anhebung der Grenzwerte auf 3,5 Nanogramm kommt, weil man dann guter Hoffnung sein kann, am nächsten Morgen da drunter zu legen. Dann muss man sich nicht diesen bloßstellenden Überprüfungen, teuren Überprüfungen stellen. Wenn man aber jetzt Schmerzpatient ist, und man muss ja das Medikament nehmen, um über seine Fahreignung auch wieder herzustellen, dann führt da kein Weg dran vorbei. Dann ist es aber kein leichter Weg. Ja, ich hoffe, dass der leichter wird, aber es ist der ganz starke Verdacht bei den Behörden da, dass da Leute das Schein legalisieren wollen und eigentlich auf Kosten der Staatskasse wollen man den Polizisten ein Schnippchen schlagen oder was weiß ich was. Und gegen dieses Vorurteil haben sie leider zu kämpfen. Also die Gerichte sehen das leider häufig genauso. Das würde man jetzt nicht besser werden durch diese leichtere Verschreibung, nehme ich mal an. Das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Ja, es ist, eine Hoffnung habe ich da. Wie gesagt, dieser Mechanismus, den man da angewandt hat, dieses, ist hier eine schwerwiegende Erkrankung notwendig, um das verschrieben zu bekommen, der ist eigentlich ausgehebelt. Na gut. Dann muss man es probieren. Aber es ist eine Frage, die man klären muss. Es ist ja immer dann Verkehrssicherheit versus Recht auch des kranken Menschen auf Teilhabe. Ja, das ist ja das, was man am Schluss immer wieder austarieren muss. Und wie viel muss ich dann eigentlich dafür bezahlen? Das schon. Also eine Frage habe ich noch, Nachfrage zum Thema Cannabis als Medizin. Dann verlassen wir den Bereich auch erst mal für diese Sendung sozusagen. Und zwar kam die Frage, soll ich mich bei einer Polizeikontrolle als Patient outen gleich? Ja, wenn ich dann eben die Papiere sogar vielleicht dabei habe oder so oder so. Ich habe das erst mal so über mich ergehen lassen und gucken, machen die überhaupt Drogentests und wann der positiv ist. Sage ich es dann? Sage ich es von vornherein am besten? Oder wie gehe ich damit um, wenn ich Patient bin? Ich würde damit nicht offensiv umgehen. Also ich habe gerade skizziert, was auf dich Stand heute noch immer zukommt, wenn die da wissen, dass du Cannabis-Patient bist. Und damit würde ich jetzt nicht unbedingt hausieren gehen. Also ich würde erst mal ein bisschen abwarten. Natürlich nie Urintests mitmachen oder was weiß ich was. Aber den Polizisten kommen lassen. Also was will er von einem? Der Umständ, dass ich keinen Urintest mache, reicht jetzt für so eine Anordnung nicht aus. Ich uriniere einfach nicht gerne vor fremden Menschen. Das ist ja mein gutes Recht. Es gibt auch keine Verpflichtung nach deutschem Recht dazu. Und wo man da an sich outen muss, ist praktisch, wenn er sagt, okay, ich ordne die Blutentnahme an. Dann ist der Moment, wo man Bescheid geben muss, um das, wenn es geht, abzuwenden. Aber wie gesagt, selbst darauf lassen sich nicht alle Polizisten. Okay. Jetzt die Frage, Erstverstoß, Zweitverstoß. Und das hattest du ja gerade auch schon herausgearbeitet, dass der wesentliche Unterschied jetzt nach der Änderung der Fahrerlaubnisverordnung ist, dass es mehrere Verstöße geben muss, bevor man Ärger, also ernsthaften Ärger kriegt mit NPU-Anordnung und so weiter. Und offensichtlich gibt es da draußen eine Menge Fragen zu dieser Frage eben, wann ist denn überhaupt von einem Zweitverstoß oder von einem Erstverstoß die Rede? Also zum Beispiel gibt es da so eine Art Verjährungsfrist. Wir haben ja einen, der ist vor 17 Jahren schon mal aufgefallen mit Cannabis. Ist der dann wieder Ersttäter, wenn er jetzt erwischt wird? Ja, bei 17 Jahren auf jeden Fall wieder Ersttäter. Also wir haben in der Straßenverkehrsgesetz, Paragraph 29, hat man eben auch so Verjährungsvorschriften und wann müssen eine Eintragung getilgt werden und was weiß ich was. und da haben sie natürlich je nach Delikt unterschiedliche Fristen. Ja, also es ist bei so einer normalen OVI drei Jahre, also ein Punkt, drei Jahre. Bei Cannabis, THC-Verstößen haben wir zwei Punkte, die da für jedes Mal fettig werden. Und zwei Punkte bedeuten längere Verjährungsvorschriften, fünf Jahre. Und dann müssen wir da aber auch nochmal gucken, gelten die jetzt einfach absolut oder was ist, wenn ich eigentlich gar keine Fahrerlaubnis habe? Kann ich einfach fünf Jahre abwarten und dann sind die einfach weg? Ganz so einfach ist das dann eben auch nicht. Ja, also man muss eigentlich immer eine Fahrerlaubnis beziehungsweise die Sanktionen, die manchmal sich folgert, ist. Bußgeldrechtlich haben wir unterschiedliche Sanktionen, je nachdem, wie häufig man in den letzten Jahren verstoßen hat. Das ist ja Regelfall 500 Euro, aber wenn ich zum Beispiel vor drei Jahren oder vier Jahren erwischt wurde, verdoppelt sich das Bußgeld. Da haben wir die Frist fünf Jahre. Ja, dann ist es weg. Dann können die nicht mehr verdoppeln. Ja, Bußgeldrechtlich. Fahrerlaubnisrechtlich haben sie da andere Vorschriften. Ja, die Fahrerlaubnisakte, was da drin ist. Ich glaube, darauf bezieht es die Frage. Die Führerscheinstelle bei der grundsätzlichen Überprüfung, wie lange kann die von einem Ersttäter? Ja, aber du hast recht. Das ist eben dann das Fahrerlaubnisakte und da wird das dann immer dann, also wie gesagt, da gelten eigentlich diese Verjährungsvorschriften, ab wann ist eine Akte zu löschen? Das sind zehn Jahre eben. Zehn Jahre, aber auch nur, wenn man die Fahrerlaubnis hat, sonst verlängert sich das auf 15 Jahre. Und da wird man dann aber auch wieder... Also in welchem Fall kann ich denn da in der Führerscheinakte einen Eintrag haben mit Verstoß, obwohl ich gar keinen Führerschein habe? Die Führerscheinakte, also du hattest vor zehn Jahren, sagen wir mal, einen Verstoß, ja? Dir wurde die Fahrerlaubnis entzogen, dann beantragst du irgendwann wieder neu die Fahrerlaubnis. Und dann sind 15 Jahre? Ja. Okay. Also immer praktisch, das ist das Maximum. Das ist einfach das Maximum. Wenn du aber jetzt sagen, nach sieben, also interessant könnte ja der Fall sein, nach sieben Jahren beantragst du die Fahrerlaubnis wieder neu, kriegst sie auch und sieben Jahre später hast du wieder einen Verstoß. Also heute. Dann müsste man eben gucken, ob die dann wirklich raus sind oder nicht. Also wir haben hier auch zum Thema, zur Frage, wann man Ersttäter ist, noch ein paar Nachfragen, wie das ist zum Beispiel, wenn man vorher mit Alkohol aufgefallen ist. Man hat schon mal einen Eintrag in der Führerscheinakte, Führerscheinstelle, dass man einen Verstoß mit Alkohol hatte. Wenn ich dann zum ersten Mal einen Verstoß mit Cannabis habe, bin ich dann, ist das der erste Verstoß oder wird man dann schon sagen, ist eine wiederholte Zuwiderhandlung? Also wir können natürlich die Frage nur jetzt begrenzen, ganz beantworten, weil wir natürlich keine Rechtsprechung zu einem neuen 13a haben. Ja, ich befürchte, man wird dann als Wiederholungsdäter zur MPU geschickt. Wir müssen uns das überlegen. Beim Alkohol ist das so, zwei Verstöße. Beim zweiten Verstoß muss ich zur MPU. Cannabis, wenn ich das so lese, klingt ja eigentlich auch zwei Verstöße und was du jetzt beschreibst, ist aus den unterschiedlichen Bereichen. Mir ist eine Rechtsprechung bekannt, die natürlich ergangen ist, bevor es diesen 13a Fahrerlaubnisverordnung gab oder gibt. Und da hat man das zusammengezählt. Das hat man dann noch auf Paragraf 14 Fahrerlaubnisverordnung gestützt. Ja, dass man sagt, das soll alles umfassend regeln und du sollst jetzt hier keine Freiversuche haben, hier unterschiedliche Substanzen auszuprobieren. und ich befürchte, die wird dann in diesem Fall auch Anwendung finden. Man könnte natürlich argumentieren, hier 13a ist Lex Spezialis und der schritt eindeutig davon, wiederholt zu Wiederhandlungen im Straßenverkehr mit Cannabis. Das wird dagegen sprechen, aber wir haben noch immer den Paragraf 14 und ich befürchte, dass 40 die Rechtsprechung nicht aus der Hand nehmen kann. Aber ich würde es auch vertreten, zu sagen, aber meine Tendenz ist, du wirst als Wiederholungstäter. Man könnte zwar versuchen im Prozess, aber die Chancen sind auf jeden Fall nicht riesig hoch. Macht ja auch von daher Sinn, dass diese ganze Fahrerlaubnisverordnung den Zweck hatte, eine Angleichung der Sanktionen für Cannabis und Alkohol herzustellen und das spricht ja auch sehr dafür, dass man dann auch kreuzweise schon die erste Tat dann mit angerechnet kriegt. Noch eine andere Frage in die Richtung, wenn ich schon mal einen Besitztatbestand in der Akte habe. So eine Meldung von der Polizei, jemand ist mit Besitz von drei Gramm aufgefallen und ich habe dann einen Verkehrsverstoß mit über einem Nanogramm. Ist das dann nicht ein Ersttäter? Ja, man ist dann nur Ersttäter. Also diese drei Gramm interessieren keinen Menschen. Also unter welchem Gesichtspunkt? Das ist eindeutig geregelt. Du brauchst zwei Verstöße im Straßenverkehr und hast du dann hier nicht. Früher war es ja so, dass diese Besitzmeldungen dann innerhalb kürzer Zeit, zumindest wenn die in der Akte eingelaufen sind, war das für die ein Hinweis auf mehr als gelegentlichen Konsum und damit eben auch einen Überprüfungsgrund. Aber der hat es ja jetzt erledigt durch diese Angleichung der Vererlaubnisverordnung. Also mehr als gelegentlicher Konsum reicht nicht mehr aus, um die Fahrtaugigkeit zu überprüfen. So, offener Bußgeldbescheid, was tun, haben wir jetzt schon durch. Offener Bußgeldbescheid, offene MPU-Anordnung haben wir schon besprochen, aber was ist jetzt mit Altfällen? Ich habe also einen Führerschein schon abgegeben oder habe den entzogen gekriegt wegen vorheriger Vergehen und jetzt geht gerade so ein bisschen keine Hype rum, nur zu sagen, Aufbruchstimmung seit dem 1.4. Seit eben mehrfacher Verstoß nötig ist, um einen Führerschein zu verlieren, gilt es auch rückwirkend, wie ich gehört habe, vielleicht kannst du das nochmal ausführen, wenn ich jetzt also nur einen Verstoß hatte, deswegen einen Führerschein abgegeben habe, weil ich die MPU nicht gemacht habe, weil ich sie verworgt habe vielleicht, freiwillig zurückgegeben, entzogen gekriegt und ich kann jetzt doch vom Führerschein eigentlich einfach wieder beantragen, wenn ich sagen kann, hier war nur ein Verstoß. Ja, also ich interpretiere das neue Gesetz so, das ist ja die Idee dahinter, ja, also, dass man als Fahrerlaubnisinhaber erst beim wiederholten Verstoß eine MPU beizubringen hat, wenn man keine Fahrerlaubnis hat, die aber wieder neu beantragt, wird ein Verstoß jetzt nicht mehr ausreichen, um eine MPU aufzuerlegen, ja, es sei denn, in diesem Verstoß gibt es dann Hinweise auf Missbrauch, das, was wir uns davor schon mal überlegt haben, was ist, wenn dann Alkohol mit im Spiel war, was ist vielleicht, wenn die Carbonsäure zu hoch war, kann die Behörde dann doch irgendwelche Zweifel anmelden und ein Cannabis- Missbrauch praktisch behaupten, der aufklärungsbedürftig ist. Das müsste man sich dann angucken, ist eben in der Hinsicht nicht geklärt, aber meines Erachtens gute Karten zur Fahrerlaubnis, eine Fahrerlaubnisbehörde einen Termin machen, was brauche ich für Unterlagen, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs, manchmal Führungszeugnis, sowas kostet natürlich auch, diesen Antrag zu stellen und sie brauchen Termin, aber sollte man dann in Gang bringen, ja. Ja, wunderbar. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was muss ich konkret tun, um diese Wiedererteilung irgendwie zu beantragen? Terminvererlaubnisbehörde, mit denen klären, was brauche ich dafür? Stimmt, aber meistens auch im Internet, die haben ja immer Bedingungen für Wiedererteilung, Neuerteilung. Da ist natürlich manchmal, wenn es zu lange her ist, kann es sein, dass man doch nochmal eine Theorie und Praxis machen muss. Früher war ja Führerschein dann nur zwei Jahre praktisch gültig, das gab es mal. Das hat man dann aufgelöst, aber wenn ich nur eine kurze Zeit die Fahrerlaubnis hatte und das Ganze ist neun, zehn Jahre her, kann das gut sein, dass die mir eine neue theoretische und praktische Prüfung aufdrücken. Okay. Gut. Und wir können natürlich auch nicht dafür garantieren, dass jede Führerscheinstelle jetzt unserer Interpretation hier folgt. Teilweise machen die ja eigenes Süppchen da und brauchen vielleicht erstmal noch einen verlorenen Prozess, bis sie einsehen, dass sich das Gesetz geändert hat. Ja, Fahrerlaubnisrecht ist Landesrecht. Also das ist einfach in jedem Bundesland dann auch nochmal unterschiedlich. Aber klar, die müssen alle die Fahrerlaubnisverordnung anwenden. Ja, weil sie haben immer unterschiedliche Ausprägungen. Beim Fahrerlaubnisrecht geht es dann selten, zumindest in Eilverfahren zum Bundesverwaltungsgericht. Stimmt. Ja, okay. Und spielt auch erstmal keine Rolle, ob das jetzt, sag ich jetzt einfach mal, weil die Frage hier so auch ausgedröselt wird, ob das jetzt mehr als ein Nanogramm war, mein Erstverstoß, oder mehr als 3,5 Nanogramm. Jetzt reden wir erstmal nur über die aktuelle Situation. Wir haben eben schon gesagt, der neue Grenzwert von 3,5 gilt halt noch nicht und man kann auch nicht erwarten, dass Führerscheinstellen den jetzt anwenden, wenn man eine Wiederteilung beantragt oder so. Spielt auch gar keine Rolle, weil es eigentlich nur um die Frage geht, habe ich nur einen Verstoß, jedenfalls hier jetzt erstmal bei unserem Beispiel und da ist vollkommen wurscht, ob das jetzt 2 oder 5 oder 10 Nanogramm waren oder 100 Nanogramm THC, ja, vollkommen egal, war nur ein Verstoß, also kann ich auch eine Wiederteilung beantragen erstmal. Ja, wobei da wäre ich immer, wie gesagt, vorsichtig, was ich gerade schon meinte, ist, wenn die Werte natürlich irgendwie exorbitant sind, könnte die Behörde anfangen zu argumentieren und zu sagen, ey, das ist irgendwie, das in Richtung Missbrauch. Gut, aber selbst dann kann ich ja zumindest die Wiederteilung erstmal beantragen und dann sehe ich ja, was die Behörde dann irgendwie argumentiert und da kann ich immer noch gucken, wie ich damit umgehe, aber dann weiß ich zumindest, wo ich stehe und die meisten haben auch keine 100 Nanogramm THC gehabt und Einzige Thema ist da natürlich immer, was macht ihr, wenn ihr eure Werte nicht kennt oder was weiß ich, ihr habt natürlich immer auch erstmal ein Anrecht darauf, eure Akte zu sehen, vielleicht dann erstmal auch informieren, bei Fällen, wo es jetzt auch wirklich lange her ist, ist natürlich auch immer zu überlegen, was ist eigentlich mit Verjährungen, was wir schon mal angesprochen haben, wie lange können mir eigentlich Altfälle wirklich vorgeworfen werden und da haben wir schon mal drüber gesprochen, zehn Jahre, wenn man Fahrerlaubnisinhaber ist, ohne Fahrerlaubnis, 15 Jahre, ja und da wäre natürlich so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt kurz vor dem Ablauf dieser Zeit sind, müsste man ein bisschen gucken, dass man sich das nicht zerschießt, die Verjährungen durch Antragstellung, also ganz so simpel ist es jetzt auch nicht, ja, ich würde sagen, so bei Fällen unter zehn Jahren, ein Jahr und wenn man noch im Kopf hat, halbwegs so, hey, aber man möchte jetzt auch nicht sich was kaputt machen, ja, also zuerst immer informieren, würde ich sagen. Okay, da habt ihr da Anrecht drauf, ihr habt ein Anrecht darauf zu wissen, welche Daten der Staat über euch sammelt, ihr müsst dann einen Termin machen. Ja. So, ich gucke jetzt mal nochmal in die ganzen Detailfragen rein, ich glaube, die meisten haben wir zumindest angeschnitten und so weit wie möglich beantwortet, ist auch schon deutlich geworden, vieles davon kann man nicht 100 Prozent genau und sicher beantworten, ja, viel ist noch tatsächlich von der lokalen Interpretation irgendwie abhängig und so weiter. Jetzt habe ich aber doch noch eine Medizinfrage gefunden, die ich hier nochmal irgendwie bringen will, weil es so relativ häufig kommt, nämlich, was ist denn, wenn ich nachträglich Patient geworden bin? Also, ja, kommt nämlich auch bei uns ziemlich häufig rein, sozusagen, die Frage, man hat schon mal irgendwie Ärger mit dem Führerschein gehabt, wir sind jetzt quasi so in der Schiene drin, ich habe ihn auch mal abgegeben als Normalkonsument noch oder auf jeden Fall, oder sagen wir mal als selbsttherapierender Patient und habe jetzt aber mein Rezept und, ja, habe den Führerschein aber irgendwann mal abgeben müssen. Ja. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt zur Führerscheinstelle und sage so, ich bin jetzt Patient, ich will jetzt den Führerschein wieder haben oder bringt mir das überhaupt irgendwas? Da sind wir eigentlich wieder beim gleichen Thema wie eben, da drauf ankommt, welche Krankheit habe ich und so und vielleicht ist es sogar jetzt einfacher zu sagen, lass das mit der Medizin, wenn es die erste Auffälligkeit war zumindest, dass man dann sagt, behalte das Rezept in der Tasche und beantrage erst mal so die Wiedererteilung ohne Medizin, oder? Ja, es kann eben gefährlich werden, weil dieser Umstand, dass du Cannabis-Patient bist, der wirkt nicht nur entlastend, sondern kann bei der Behörde natürlich die Frage aufwerfen, warum wird dir das Ganze verschrieben und wie gesagt, was wir schon mal hatten, hat diese Erkrankung Auswirkungen auf deine Fahreignung und das kann dann aufwendiger werden. Man muss sich da schon genau überlegen, ob man da jetzt sagt, das ist jetzt kein Joker, die sagen dann nicht, ach, du bist Patient, super, sondern es ist sogar noch wahrscheinlicher, wie gesagt, dass die Kosten steigen werden. Aber es hängt dann je vom Krankheitsbild ab, kann ich eh absehen, dass ich mehrmals am Tag meine Medizin zu mir nehmen werde, dann führt ja eh an diesem Weg nicht so richtig vorbei, dann muss ich mich dem ja stellen. Aber bei Patienten, die zum Beispiel nur abends ihre Medizin einnehmen, da würde ich wahrscheinlich, das eher nicht Publikum machen. Und könnte halt noch mal eine Möglichkeit sein bei Leuten, die eben doch mehr als eine Auffälligkeit schon hatten, wo es nicht auch als Normalkonsument jetzt ganz gute Chancen gibt. Aber es muss einem klar sein, also die Prüfung wird aufwendiger. Aber ja, es ist dann einfach, es ist am Schluss ja immer die Frage, bin ich krank, ist es eine Medizin, die ich wirklich brauche, es führt keinen Weg dran vorbei, da muss man sich dem ja so bisschen stellen. Man muss aber nicht regelmäßig über 3,5 Nanogramm, wenn ich mal perspektivisch, wenn der Grenzwert kommen sollte, der neue sein werde, weil ich eigentlich einen stabilen THC-Wert brauche gegen Schmerzen oder so. Genau, dann habe ich ja, dann muss ich letztendlich auf Dauer, wenn ich sicher sein will, eben die Überprüfung und welche gehen lassen. Okay. Und bei dieser Wiedererteilung und bisher Führerschein schon verloren, was ist denn, wenn ich eine MPU schon mal gemacht habe und habe die nicht bestanden? Also mir wurde nach einer ersten Auffälligkeit in der MPU angeordnet, der Standardfall war früher bis 1.4. und da werden relativ viele Leute sein und die Durchfallquote ist ja auch relativ hoch bei den MPUs und dann muss ich den Führerschein abgeben. Spielt das irgendeine Rolle, wenn ich jetzt die Wiedererteilung beantrage und sage, ich hatte nur einen Verstoß, ich will den wiederhaben, wenn ich eine verlorene, eine nicht bestandene MPU in der Akte habe? Also in der Akte, das ist eben, also da müssen wir uns die Frage stellen, wie kommt die nicht bestandene MPU in der Akte? Habe ich die überhaupt abgegeben oder nicht? Ja, also natürlich immer besser, nichts abzugeben, also ich bezahle ja nicht für was, was mich selbst belastet, ja, weil natürlich kann sich die Fahrerlaubensbehörde und es sogar verpflichtet, wenn das negative Gutachten in der Akte ist, sich das anzugucken und da könnte wieder Hinweise auf Missbrauch drin sein, das müsste man sich dann gezielt angucken, also wenn da drin steht, ey, der hat hier Cannabisabhängigkeit oder was weiß ich was, dann wird das nichts einfach werden mit der Wiedererteilung. Da ist übrigens auch immer ein Streit, wie lange ist so ein Gutachten wirklich, und da ist zumindest hier in Berlin, sagt die Rechtsprechung, das können wir ewig verwerten, also nicht ewig, aber zehn Jahre locker. Und da gibt es aber auch andere Gerichte in Nordrhein-Westfalen, die sagen, ey, der Aussagewert von sowas ist nicht so hoch, also nach drei Jahren vertällt das auch wieder. Wenn man Glück hat und vielleicht auch, wenn ich das so höre, wahrscheinlich die Mehrheit der Fälle, habe ich in der MPU nicht bestanden, habe das Ergebnis gar nicht abgegeben, bei der Führerscheinstelle, sondern habe gesagt, ja, vielleicht habe ich denen gesagt, ich habe nicht bestanden, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall haben sie nicht abgegeben, warum können die da jetzt nichts draus strecken. Dann haben sie mir deswegen Führerschein entzogen, weil ich die MPU nicht geliefert habe und fertig, und dann kann ich die Wiedererteilung relativ problemlos beantragen und ich habe halt kein Problem mit dieser nicht bestandenen MPU. Okay. Führerscheinentzug in der Probezeit, macht das einen Unterschied? Probezeit an sich, spielt Probezeit für uns jetzt? Sie hat das Gespräch nicht irgendeine Rolle? Also, Stand jetzt, Probezeit spielt schon eine Rolle, weil die können dir so Seminare aufdrücken. Also, gehen wir mal den Fall durch, du wirst über ein Nanogramm erwischt, ja, als Fahranfänger hast du natürlich ein Problem. also, die können ein besonderes Aufbauseminar anordnen und Stand jetzt, also ab 1.4. erst beim wiederholten Verstoß MPU. Okay. Aber dieses Seminar, dem wirst du dich stellen müssen. Okay. und da musst du auch immer ein bisschen gucken, weil du natürlich so besondere, so Bewährungsvorschriften hast als Fahranfänger, ja, also, du hast da einen Verstoß mit zwei Punkten und ob sie da dir die Fahrerlaubnis entziehen, das wäre auch uninteressant. Aber eigentlich nicht. Aber das Aufbauseminar, das können die dir beantragen. Und konkret lautet die Frage hier eigentlich, der Führerschein wurde in der Probezeit entzogen, meinetwegen wegen erstmaliger Cannabisauffälligkeit und jetzt will ich den wieder beantragen. Spielt das eine Rolle, dass sie mir den während der Probezeit entzogen haben oder ist das genau das Gleiche, wie wenn sie mir fünf Jahre später entzogen hätten? Es könnte da wieder eine Rolle spielen, ob ich neue Theorie und Praxis machen muss. Also wenn ich jetzt ein halbes Jahr gefahren bin, Auto und nach vier Jahren möchte ich jetzt unter dieses Privileg fallen und den Führerschein wieder haben, könnten die auf die Idee kommen, ey, du hast doch gar keine Erfahrung, wir wollen wieder Theorie und Praxis haben. Aber das wäre eben ohne MPU. Okay. So, wie stelle ich einen Antrag auf Rückerteilung? Jetzt haben wir schon gehabt. Warum entscheiden den Führerschein stellen unterschiedlich? Tja. Haben wir schon ein bisschen besprochen. Gesetz muss sich zurecht ruckeln. Das ist Ländersache. Also du hast da unterschiedliche Ausrichtungen gegeben. Du hast, das ist ein Flickenteppich. Können halt nicht dagegen verstoßen. Manche brauchen erstmal einen Gerichtsprozess und Urteile und so weiter, bis sie einsehen, dass sich was geändert hat. Auch das kommt vor. Okay. Ich habe hier jetzt noch eine Kapitelüberschrift Amnestie. Davon haben wir einiges schon abgearbeitet bei der Frage, wie lange sind die alten Einträge überhaupt gültig? Wann werden die gelöscht? Dann dürfen die nicht mehr benutzt werden. Aber eine Frage ist da noch übrig. Und zwar, kann man Bußgelder zurückbekommen? Also sich keine Regelung oder Rechtsgrundlage für. Ich glaube, das muss man als versunkene Kosten begreifen. Der Staat wird einem da nichts erstatten. Leider. Okay. Ja, das ist die Antwort, die ich erwartet habe. Schnell abgehakt. Dafür haben wir jetzt einen größeren Block an Fragen, die Verhalten bei Polizeikontrollen, also Verkehrskontrollen sicherlich dann in dem Fall in erster Linie betreffen. Und die erste Frage dabei ist erstmal, was sieht die Polizei eigentlich bei so einer Verkehrskontrolle über mich? Wenn die jetzt mich anhalten, sagen, geben Sie mal Ihren Ausweis oder was und die tippen dann den Namen ein in Ihren Polizeikomputer, sehen die, ob ich eine MPU gemacht habe, sehen die alte Besitzdelikte, welche, sehen die da, hier steht eine Führerschein-Neuerteilung, können die sowas sehen? Ja gut, das wissen wir, weiß ich selbst auch nicht genau, es hängt ja davon ab, welches System die gerade anzapfen, ja, und was da noch gespeichert ist. Ich glaube, was einem immer wieder klar sein muss, wir leben hier in Zeiten des Datenschutzes und so weiter, aber wir können nicht erwarten, dass der Staat das von alleine macht. Also wer Sauberkeit hinsichtlich seiner Daten haben möchte, ist auch dazu aufgefordert, für Sauberkeit dazu sorgen, der Gestalt, dass er sich informiert, es gibt auf den Seiten der Datenschutzbeauftragten der Länder Muster schreiben und da sollte man sich wirklich mal gezielt informieren, was hat der Staat in Form von Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden und so weiter über mich abgespeichert, weil je nachdem, was da abgespeichert wurde, ist bestimmt in den Informationsumfang des Polizisten, was er dann da abzapft und anzapft und ich würde da kein Risiko laufen und wie gesagt, man darf nicht so naiv sein und zu erwarten, dass die das von alleine löschen, also die löschen nichts von alleine, da muss man schon ran selber und da braucht man auch gar keinen Anwalt für, also hier diese Muster schreiben, aber da wäre jeder so aufgefordert, das wirklich zu machen. Dann wird man natürlich erstmal eine Zeit dann warten müssen, weil die sind da nicht wirklich besetzt, die warten auch nicht gerade auf die eigene Anfrage, aber das ist schon wichtig. Bisschen überrascht bin ich bei deiner Aussage, man weiß nicht, welche Datenbank sie dann da jeweils anzapfen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eine klare Sache ist, dass die Polizei pro Bundesland eigene Datenbanken hat, im Gegensatz zum Bundeszentralregister, wo die Amnestie ja auch konkret im Cannabis-Gesetz geregelt ist, aber eben nicht für die Landespolizei-Computer haben wir immer kritisiert, dass da nicht auch im Prinzip gleich gesetzlich mit die Daten gelöscht werden müssen. Aber gibt es auch mehr Ich habe einfach die unterschiedlichsten Sachen beim Mandanten eben erlebt. Das ging auch nicht nur um Verurteilung, es geht schon alleine um Ermittlungen, die geführt wurden, ja, und von denen die Mandanten gar nichts mehr wussten, aber es gibt immer die blöden Fragen, hatten sie schon mal mit Drogen zu tun oder was weiß ich, und sagt mal nein, was immer die bessere Antwort ist, aber dann sehen die, da wurde irgendwann mal ein Ermittlungsverfahren geführt und warum das dann nicht gelöscht würde oder was weiß ich, kann ich ihnen dann auch nicht sagen, aber es ist einfach immer wichtig, da selbst dafür zu sorgen, dass Löschung vorgenommen wird. Gut, aber das verstehe ich schon so, dass die wahrscheinlich immer die gleiche Datenbank abzappeln, aber man weiß nicht, wie was da alles drinsteht, so rum wahrscheinlich eher. Die werden es ja nicht bei der Verkehrskontrolle aussuchen können, ob sie jetzt diese oder jene Datenbank abzapptun oder so, nehme ich mal an. Ja, du, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Polizeirechtsexperte, was die da in ihrem Bordcomputer alles drin haben, aber ich glaube, das Interesse ist immer natürlich möglichst viel über den zu kontrollieren und zu erfahren. Und wenn die da irgendwelche Verdachtsmomente haben, werden die da versuchen ranzukommen. Wir wollen sich ein kurzes Bild machen, um mal zu wissen, um wen kümmern wir uns da, ist was zu befürchten, was weiß ich was. Der Bordcomputer gefällt mir, erinnert mich an Battlestar Galactica, da sind die auch nicht vernetzt, die Bordcomputer. Na gut. Welche Tests lehnt man ab, fragt da jemand. Also ich würde nie bei irgendwelchen Tests mitmachen. Ja, also es gibt nicht wirklich einen Umstand, wo so ein Test einem helfen kann. Also man trifft auf voreingeprägte, vorgeprägte Menschen, die unterwerfen einen einer Kontrolle und die gehen ja auch zielgerichtet vor. Man hat keine Zeugen und was die aufschreiben, kann hintergegen einen verwandt werden. Das ist gerade ja bei THC immer wieder das Problem, dass ein THC-Wert an sich nicht reicht für eine strafrechtliche Verurteilung. Da müssen Ereignisse dazutreten und die werden meistens in der Person des Kontrollierten gesucht, schwanken, was weiß ich was. Und da sind so viele Begrifflichkeiten, die der Auslegung bedürfen. Man begibt sich in die Hand einer Person, die einem nicht gerade freundlich gesinnt ist und ich kann immer nur davon abraten, bei irgendwelchen Testungen mitzumachen. Man hat keinerlei Verpflichtung und es hilft einem auch nicht. Es ist nicht so, als ob der Polizist sagt, Mann, ist die Tests ja toll gemacht, jetzt verzichte ich aber auf die Blutentnahme. Wird nicht passieren. Gerade wissen wir auch mit den niedrigen Grenzwerten. Und man nagelt sich selbst da ans Kreuz. Und ganz wichtig ist das auch nicht nur bei den Polizeibeamten, sondern hinterher, wenn die Blutentnahme angeordnet wird, bei dem Arzt. Also da ist vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erforderlich. Ich habe schon häufiger Fälle jetzt auch gerade die in Berlin und Norddeutschland erlebt, wo die Polizisten oder die Ärzte nicht gerade voreingenommen waren. Die haben dann wirklich auch mal gesagt, ich merke bei dem nichts. Das ist natürlich dann ganz schön, aber an sich weiß man es vorher ja nicht. Ja, und es gibt keine Verpflichtung, damit zu werden. Und wenn die am Schluss nur die Grenzwerte haben und man hat jetzt nicht grobe Fahrfehler gemacht oder was weiß ich was, dann werden die einem nicht strafrechtliches an den Hals hängen können. Und wir haben die ganze Zeit darüber geredet, Ordnungswidrigkeiten, Knockout ist immer Strafrecht. Dann gibt es Geldstrafe, Führerschein hinzu und auch was die Wiedererteilung anbelangt, wenn man strafrechtlich auffällig geworden ist, waschlechtern sich die Karten ungemein. Und das ist immer der Grundsatz, niemand sollte sich zum Zeugen gegen sich selbst machen, wenn man eh nicht damit rechnen kann, dass die einem helfen. Interessant. Also ich habe da zuerst jetzt an Schnelltests gedacht, von wegen Urintests und Speichel und Schweiß und was weiß ich. Ja gut, diese Urintests sowieso nie, weil man uriniert nicht vor fremden Leuten und es hilft nichts. Man weiß ja selbst, ob man in den letzten Wochen konsumiert hat. Diese Urintests ist die längste Nachweisdauer. Da schafft man erst den Anfangsverdacht für die Polizisten und die dürfen eigentlich umgekehrt keinen negativen Schluss für ein Rostchen, das man sich da weigert. Ja und du hast zuerst an diese Torkelbogenfragen gedacht. Und wahrscheinlich machen die das ja auch sehr offensiv. statt die sagen, jetzt steigen Sie mal auf und jetzt gehen Sie mal bitte 100 Meter gerade über diese Linie oder passen Sie sich mal in die Nase und dann sagst du auch, nö, mache ich nicht. Ja, so macht man. Die fragen einen ja auch nicht, sind Sie damit einverstanden vermutlich, sondern die sagen einfach, machen Sie das? Ja, es muss dann schon klar sein, sollte man davor auch mal probiert haben als Konsument, es ist wirklich wahrscheinlich schwer, da auch Nein zu sagen. Ich bin selbst in so eine Situation noch nicht geraten und man gibt immer tolle Tipps, aber natürlich ist man in der Drucksituation und natürlich haben die auch einen Herrscherton an sich und man ist da ja auch ein bisschen zu erzogen, Polizei, dein Freund und Helfer und sowas muss man sich eben verabschieden und man muss eben lernen, Nein zu sagen, was eh eine wichtige Erfahrung fürs ganze Leben ist, was Kinder immer versuchen, erfolgreich zu vermitteln und da sollte man es auf jeden Fall machen. Zur Not auch mal zu Hause trainieren, da ist immer noch Bürger eben, wir sind hier nicht in, was weiß ich, autokratischen Staat, wo man eben der Polizei gehört und die mit einem machen können, was sie wollen und da geht es auch wieder darum, auch seine Rechte zu wagen und das ist dann wirklich ein wichtiger Moment, also wenn man seine Vererlaubnis braucht und keine Lust auf strafrechtliche Verurteilung hat, das ist besser, Nein zu sagen. Und ganz neu ist mir eigentlich der Gedanke, das auch zu tun bei der ärztlichen Kontrolle nach dem Bluttest, also angenommen, man kommt doch zum Bluttest, obwohl man alle Tests vorher nicht mitgemacht hat und unter bestimmten Umständen können Sie einen ja dann zwingen dazu. Zur Blutentnahme selbst, der hat man Folge zu leisten, aber nur die Blutentnahme selbst und lass deinen Arm nicht wegziehen, das gilt dann schon als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, man unterschreibt nichts und man widerspricht immer wieder dieser Anordnung und man muss nicht einverstanden sein, man gewinnt nichts damit, ja, wenn man einverstanden ist und man sagt Nein und beim Arzt, der weckt dann schnell den Eindruck oder der Polizist ja auch, der ordnet das ja an und sagt dann, wenn du hier nicht mitmachst und so, dann Widerstand gegen Vollstreckung. Das bezieht sich nur auf die Blutentnahme selbst, also den Akt des Blutabnehmens, aber alles andere, es besteht keinerlei Verpflichtung und das muss man sich immer vergegenwärt. Und jetzt eben auch nach der Blutentnahme wird man ja in der Regel nochmal eine Ärztin oder einem Arzt vorgeführt und die soll dann mal gucken. Und macht man nicht, macht man nicht. Die sagen dann, gucken Sie mal hier auf den Kuli und dann sagen Sie, ich gucke jetzt nicht auf den Kuli. Ja, so nach dem Motto, ja. Also man weiß ja, dass man da nichts Gutes zu erwarten hat. Ja gut, vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, wenn ein Arzt dann aufschreibt, so von wegen, ich habe jetzt keine Ausweiserscheinung bemerkt. Das ist ja, was ich gerade gemeint habe. Es kann natürlich auch positiv sein, aber in der Regel halte ich es eher für gefährlich. Okay. Weil die, die einem eh nichts Böses wollen, nehmen man das ja auch nicht krumm und die einem Böses wollen, die wird man ja eh nicht besänftigen können, egal was man macht. Und dazu passt jetzt auch die nächste Frage, die in dieselbe Kerbe reinhauen. Wenn Sie einzeln Blutprobe zwingen wollen, brauchen Sie Ausfallerscheinungen. Dann sagen Sie halt, ich bemerke bei dir jetzt hier irgendwelche Ausfallerscheinungen. Ja, hier sind ja immer finderisch gerötete Augen, Nervosität, Blabla. Das kriegen die ja immer zusammengebastelt. Und seit wir keinen Richter vorbehalten mehr haben, ist das natürlich auch einfach so. Und was mache ich dann, ist hier die Frage. Wie wird vorgeworfen, du hast rote Augen, du hast eine verwaschene Aussprache oder irgendwas. Wie reagiere ich darauf? Ja. Wie soll man darauf reagieren? Also nicht großartig Diskussionen anfangen. Dann fragt man eben, was soll jetzt die Folgerung sein? Ordnen Sie eine Blutentnahme an? Ja oder nein? Oder darf ich fahren? Und wenn er sagt, ja, ich ordne eine Blutentnahme und dann sagst du, wohin geht's? Und man versucht, das Reden zu begrenzen. Das ist, wie gesagt, kein Freund. Also man quatscht nicht mit denen und hält sich zurück. Was passiert, wenn ich mich weigere, Blut abzugeben? Dann können die einen zwingen. Also das ist dann, aber auch dann gleich eine Straftat. Das ist ein widerstand gegen Vollstreckung. Da wird man fixiert irgendwie mit Gurten und so weiter. Okay, das ist kein Spaß. Also generell gilt immer freundlich und bestimmt bleiben. Also nicht sich auf irgendwas an, weil auch das kann wieder negativ ausgedichten. Auch nicht freundlich meinte ich jetzt hier Pläuschen halten, das meine ich damit nicht. Aber jetzt nicht von wegen, ey, hier Nazi, Bulle, das hilft nicht in der Situation. Wenn es geht, immer deeskalieren. Das heißt aber nicht, dass man alles abnickt oder unterschreibt, unterschreibt nicht und sagt eigentlich, ich möchte mit ihnen nicht reden. Das war vielleicht dann auch schon die Antwort auf die letzte Frage zu dem Komplex. Gibt es noch mehr Tipps vom Experten? Ja, freundlich aber bestimmt. Ja, das passt zusammen. Es ist nun mal eine blöde Situation und ich glaube, das ist eben auch schwer zu managen. Aber reden hilft in der Regel nicht. Wann hast du das letzte Mal gekifft? Wie viel? Bla, hilft alles nicht. Gut, jetzt kommen wir so langsam auch zu diesem Punkt, was jetzt als nächstes passiert, was jetzt kommt, was geplant ist und eine Frage, die da so in den Grenzbereich drin steckt, nämlich, wie erreicht man überhaupt diese Werte? Die Fragen beziehen sich jetzt hier meistens auf 3,5 Nanogramm schon, was ja jetzt der Plan ist sozusagen, was kommen soll. Jetzt im Moment haben wir auch gesagt, gilt noch ein Nanogramm und selbstverständlich fragen sich die Leute alle, wann unterschreite ich diesen Wert? Bei welchem Konsummuster und bei welchem Abstand zum letzten Konsum? Und klar, das kann man jetzt nicht eins zu eins 100 Prozent beantworten, aber zumindest so ein bisschen so über den Daumen gepeilt, hast du glaube ich eben mal gesagt im Vorgespräch, kann man so ganz grob irgendwelche Ansagen dazu schon machen. Ja, also klar ist, das ist jetzt keine Aussage, auf die ich mich jetzt total festnageln lasse, aber man hat schon immer diese Idee, wer nicht jetzt täglich kifft, ja, wenn das irgendwie zwei, drei Mal die Woche ist in den Abendstunden, der sollte spätestens 24 Stunden unter dieser Ein-Nanogramm-Grenze liegen, ja, also das haut in der Regel hin, klar, dann ist auch wieder ein bisschen altersabhängig, ja, auch was konsumiert wird, das ist eine Daumenregel, ja, also oral dauert länger, kann man auch schon mit reinwerfen, ja, und dann ist das einfach natürlich, wie gesagt, der Punkt, dass man da immer vergegenwärtigen muss, diese scheiß Ein-Nanogramm-Grenze ist wirklich total niedrig, also das ist die Nachweisgrenze, bei Leuten, die ganz häufig kiffen, sagt man auch, dass es noch nach Tagen, Wochen teilweise diese Ein-Nanogramm-Grenze gerissen werden kann. Jetzt, wenn wir das anheben, ist ja auf 3,5, ist ja die Hoffnung eigentlich, dass man abends kiffen kann, schläft ausreichend und am nächsten Tag eben unter diesen 3,5 Nanogramms. Wird auch wieder ein bisschen davon abhängen, THC-Gehalt, Alter, Fitnesszustand, ja, es gibt ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, das ist zumindest die Hoffnung, ja, also das nicht, der abends gekifft hat, am nächsten Tag da belangt wird, obwohl er eigentlich nicht mehr unter der Wirkung steht. Also deine Prognose ist da schon, dass das bei sehr vielen Leuten tatsächlich funktionieren wird, auch bei denen, die täglich konsumieren, auch bei denen, die vielleicht gar nicht so wenig täglich konsumieren, werden die auch irgendwie, wenn sie drüber geschlafen haben, bei denen acht Stunden, zehn Stunden nach am letzten Konsum, sind die unter dreieinhalb, viele von denen oder eher viele nicht? Also ich glaube, bei denen, die wirklich viel kiffen, da ist die Gefahr groß, dass die drüber sind. Und da kommt das ja dann im Spiel, diese Testmöglichkeiten. Also es wird ja die nächste Frage sein. Am Schluss geht es ja immer darum, der zeitnahe Konsum soll nicht stattfinden. Man soll nicht jetzt kiffen und eine Stunde später sich hinter das Steuer eines Autos setzen. Und ich befürchte schon, dass bei dem Wert von 3,5 Nanogramm, die die häufiger kiffen, noch immer Gefahr laufen, da in so eine Falle zu tappen und dass da ja die Idee ist, mit diesen Testungen, Speicheltests, dass man da eine nächste Barriere aufbaut, wo man sagt, okay, wenn acht Stunden dazwischen liegen oder so weiter, dann ist eigentlich nicht mehr von einer Wirkung die Rede, die die Fahreignung, die Fahrfähigkeit beeinträchtigt. Auf jeden Fall nicht in einem Maße, das nicht mehr tolerierbar ist. Wie gesagt, wir reden ja hier immer über saftige Strafen und saftige Rechtswollen und viele Menschen, die immer noch von der Freilauten ist abhängig, muss sich ja alles immer verhältnismäßig bewegen. Klar ist, wenn wir alles auf Null setzen würden, wäre der Verkehr wahrscheinlich sicherer, aber dann hätten wir wahrscheinlich auch kaum noch Verkehrsteilnehmer. Umweltpolitisch vielleicht ganz interessant wäre, aber natürlich mit vielen Lebensentwürfen der Bürger dieses Landes kollegiert. Gut, dann nehme ich den Ball mal auf mit den zusätzlich zum 3,5 Nanogramm grenzwert geplanten neuen Schnelltests, nämlich speziell Speicheltests, die da kommen sollen. Da kann ich auch ein bisschen mitreden, weil ich da jetzt eben auch dieses Papier gelesen habe und mit ganzem politischen Prozess auch mit zu tun habe und Stellungnahme und so abgeben muss und so weiter und auch dieses Gutachten der Expertenkommission halt durchgeguckt habe, wie die überhaupt auf den 3,5 Nanogramm grenzwert gekommen sind und da muss man erstmal sagen, denen ist ja klar, wie du gerade beschrieben hast, dass viele regelmäßige, einigermaßen starke Konsumenten auch nüchtern immer noch über diesen 3,5 Nanogramm grenzwert rasseln werden. Viele oder manche auf jeden Fall und denen ist klar, die Leute sind nüchtern und haben trotzdem dann über 3,5 Nanogramm und haben im Prinzip als zusätzlichen doppelten Boden nochmal das Angebot reingeschrieben, da machen wir eben, stellen wir mal um auf Speicheltests, weil du hast gesagt, Urin-Tests, die wochenlang sind die noch positiv und die messen ja auch Abbauprodukte und im Urin sind die noch ewig. Aber bei den Speicheltests sieht das halt ganz anders aus, die messen halt nur einen bestimmten zeitlichen Abstand, da ist mal die Rede von zwölf Stunden oder so, die dann noch zurückgeht, kommt auch auf den Cut-off-Wert noch an, der da noch kommt. Also die Frage, ja, bis wo, wohin werden die als positiv gewertet und wo sagt denn der Cut-off-Wert, das ist jetzt negativ genug, ja, da ist zwar noch Rest-THC irgendwie im Speichel, aber wir sagen jetzt, ihr macht das jetzt negativ. Darauf würde es ja letztendlich rausgehen, das zu definieren, da steht auch jetzt im Gesetzentwurf drin, dass die, was, die Bundesanstalt für Straßenwesen da noch Empfehlungen rausgeben soll und sagen soll, auch den Ländern, wo soll dieser Cut-off-Wert sein, ab wann sollen diese Dinger negativ sein und hoffentlich dann auch auf Untersuchungen zurückgreifen und vor allen Dingen sich die Frage stellen, wie lang soll der letzte Konsum her sein. Da sagen ja auch alle Studien letztendlich, es kommt nicht so sehr auf den THC-Wert im Blut an, ob jemand fahrtüchtig ist oder nicht, sondern auch die Zeit, die vergangen ist seit dem letzten Konsum. Und da ist halt der Anspruch sozusagen, dass man den Cut-off-Wert bei den Speicheltesten so wählt und empfiehlt jedenfalls zumindest von der BAST aus, dass der Abstand eben eher acht Stunden ist und dann anstatt zwölf. Weil das genau der Bereich ist, den du auch beschrieben hast. Für die Leute ist wichtig, können die abends konsumieren und morgens nach dem Ausschlafen und nach dem Kaffee und so weiter, können die dann nüchtern fahren, ohne belangt zu werden. Und dafür ist natürlich dann entscheidend, wie ist der Cut-off-Wert. Und der ist nicht festgelegt in diesem Gesetzentwurf und soll eben noch empfohlen werden und muss man auch noch dazu sagen, dass die das den Ländern nicht vorschreiben könnten, weil eben Polizei ist halt sowieso immer eine Endersache und auch die Frage, welche Schnelltests im Straßenverkehr wenden wir an. Aber eine Empfehlung soll es halt sein, die steht im Gesetzentwurf drin und zusätzlich eben in der Empfehlung für den Cut-off-Wert, der eben diese zeitliche Komponente mit reinnimmt, ist das natürlich dann für die Konsumenten, die eben über den 3,5 sind, aber trotzdem nüchtern sind, nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Und dann ändert sich auch das Verhalten bei der Verkehrskontrolle, wo du gerade eben gesagt hast, keinen Schnelltest mitmachen, keine Kooperation, kein gar nichts. In dem Fall sieht es ja dann anders aus. Da müsste man dann ja sagen, okay, zumindest wenn du einigermaßen viel konsumierst und hast den Eindruck, die wollen dich jetzt unbedingt zur Blutprobe schleppen, wo du dich nicht gegenwehren kannst, letztendlich, da machst du besser doch den Speicheltest mit, dann in dem Fall. Aber es wäre dann eben ein taugliches Instrument, das haben sie ja im Moment nicht. Bisher ist dieser Urintest, das ist einfach untauglich. Und damit wird der Anfangsverdacht für den nächsten Schritt eben begründet. Das, was du da formulierst, hat ja ein entlastendes Moment eben. Und klar, da muss man wieder drüber nachdenken. Und das ist eh immer die Situation, es gibt jetzt keine allgemeine Regel, die dir in jeder Situation des Lebens hilft. Am Schluss ist auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Du musst dich damit halbwegs wohlfühlen, auch in so einer Verkehrskontrolle. Also wenn du einen Nervenzusammenbruch bekommst, weil du Nein sagen musst, es gibt solche Menschen, dann lass es lieber bleiben. Also wenn du den Eindruck hast, Mensch, ey, das ist doch der Guido-Arzt, netter Typ, ja, dann mach die Tests mit, wenn man den Eindruck hat, der will einem was Gutes. Also das sind so grobe Regeln, die dann auch nur eine begrenzte. Ja, bei einem Schnelltest macht das ja auch gar keinen Sinn, weil die halt ewig noch anschlagen und vor allen Dingen halt auch falsch negative Ergebnisse, falsch positive Ergebnisse bringen können. Deswegen sind die ja freiwillig, weil sie eben nicht gerichtssicher sind quasi. Während beim Alkoholposten, die sind nicht freiwillig, oder? Muss ich die machen oder kann ich die auch ablehnen? Also ich glaube, man ist die jetzt wirklich verpflichtet, wenn ich das also Okay, bin ich mir jetzt auch gerade nicht so ganz sicher. Aber am Schluss, was kann der Staat, also niemand ist verpflichtet, sich selbst zu belasten. Also meines Erachtens können die mich dazu nix bringen. Unterschied ist halt, dass die Alkoholposten-Dinger halt ziemlich genau sind, ne? Und eben nicht so eine hohe Fehlerquote haben. Auch nicht alle, ne? Es gibt welche, die dann speziell sind und welche, die sind nicht so, meines Erachtens, können die einen nie zwingen, dafür hat man ja die Blutentnahmen und deswegen darf der Polizist das anordnen. Und was nun? Oder also jedenfalls für die Frage, wie kann ich zusätzlich zum 3,5, geplanten 3,5 Nanogramm Wert noch irgendwie mich auch einigermaßen sicher fühlen, spielen diese Speicheltests eine sehr große Rolle. Auch die Frage, welcher Cut-Off-Wert wird letztendlich festgelegt, da werden wir jetzt ja auch mal versuchen und dann möglichst konsumentenfreundlich irgendwie zu gestalten. Wobei mir da einfach noch nicht ganz klar ist, so, wenn diese Änderung kommt mit 3,5 Nanogramm und ich liege da drüber, also die Ordnungswidrigkeit werde ich dann in jedem Fall. Wenn ich überhaupt zur Blutprobe muss, aber wenn ich den Speicheltest ja mache und der ist negativ, dann muss ich ja gar nicht zur Blutprobe. Ah, die ist dann ebenso ein Cut-Off-Test, dass man sagt, okay, dann ist der Weg, ja, das wäre dann natürlich super interessant. Deswegen wird das ja ins Spiel gebracht, weil der Kommission selber ja klar ist, dass viele Büchtern sind bei 3,5 Nanogramm. Das ist ein Zusatzangebot quasi sozusagen, dass man da die Hürde dann doch noch schafft. Ja, hoffen wir, dass es kommt. Hoffen wir, dass es kommt. Ja, und dann eben auch die Frage, kann ich mich selbst testen und wie kann ich mich sicher fühlen? Ich denke, dass da auch viel Potenzial drin liegt. Da muss ich auch noch mal ein bisschen ein paar Gespräche führen und Recherche und so weiter. Hatten wir im Vorfeld besprochen, das wäre eigentlich ein Traum. Also wenn das jeder selbst für sich testen könnte, halbwegs verlässlich, dass man sich so einer Selbstkontrolle unterwirft, wäre super, aber mir ist bisher leider nichts bekannt, der Gestalt, dass es möglich sein soll. Also da für euch vielleicht nochmal, da sind wir noch dran, das werden wir noch klären, irgendwie euch bald darüber zusätzlich informieren, inwiefern man selber dann entsprechend genau dieselben Speicheltests mit dem gleichen Cut-Off-Wert, den die Polizei dann auch benutzt und die empfohlen wird von der Bast selber kaufen kann und vielleicht direkt vor der Fahrt mal eben irgendwie ausprobieren, ob man jetzt auf der sicheren Seite ist oder nicht. Weil das ist klar, im Moment wird das Risiko auf dich verlagert, praktisch. Also jeder Irrtum geht zu deinen Lasten, Pech gehabt. Und die große Aufregung, die im Moment halt draußen im Netz ist, ist ja vor allen Dingen auch wegen dieser Unsicherheit. Weil die Leute einfach, selbst wenn wir sagen, wahrscheinlich bist du da sicher, überhaupt nicht wissen, ob sie nun wirklich sind oder ob sie wirklich dann unter dreieinhalb oder wirklich unter einem Nanogramm sind. Aber wenn man den Speicheltest vor der Fahrt selber machen kann oder ein paar Mal ausprobieren kann bei meinem Konsummuster, eine gewisse Regelmäßigkeit, dass man sagen kann, okay, nach so vielen Stunden da habe ich ein paar Mal getestet, war immer negativ, dann, okay, passt jetzt soweit für mich. Und das ist natürlich eine Riesenchance, die da drin steckt, wo ich von ausgehe, dass das so kommen wird. Aber das jetzt noch nicht so ganz versprechen kann, auch noch nichts zu Preisen sagen kann zu diesen Dingern und so weiter, aber das kommt dann bald hinterher. Gemein wäre das ja mit Testungen interessant. Wir haben das ja bei Cannabis-Patienten, dass die da teilweise Testungen machen müssen. Aber an sich wäre das ja auch für jedermann einfach interessant. Also wie funktioniere ich eigentlich beim Wert, der so und so hoch ist und na, 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 na. Also wie gut sind meine Reflexe? Stimmt meine Selbsteinschätzung? Interessant wäre das in jedem Fall. Ja. Wenn dann Verkehrssicherheit am Herzen liegt, sollte man das den Bürgern doch eigentlich ermöglichen. Das wäre so eine App, wäre super, ne? Fahrsimulator. Ja. Du darfst nicht fahren. Ich meine, ganz grundsätzlich vielleicht hat auch nochmal dazu gesagt, unsere Forderung ist ja letztendlich, ganz andere Kriterien für Fahrtauglichkeit irgendwie im Straßenverkehr zu finden als THC-Blutwerte, weil die ja offensichtlich eine riesen Bandbreite um nüchtern oder nicht nüchtern drumherum haben und kaum Aussage zu der Beeinträchtigung überhaupt zeigen. Da ist ja nur so ein Hilfsmittel, weil kein anderes gibt, kein anderes Kriterium im Moment. Ja. Aber ein belastbarer, wissenschaftlich nachvollziehbarer Test, ob jemand Fahrtaug ist oder nicht, wäre eigentlich der Punkt, wo man hinmüsste, wenn man sagt, das geht wirklich nur um Verkehrssicherheit, nicht um Diskriminierung irgendwelcher Leute, die irgendwas konsumieren, sondern wir wollen nur, dass die Leute keinen Tod fahren, so ungefähr. Hätte auch den Nachteil, dass man viele alte Leute aus dem Verkehr ziehen würde, schlechtsichtige, schlecht reagierende, übermüdete usw. Das ist mir auch relativ egal. Aber ich möchte auch nicht tot gefahren werden. Warum ist deren Interesse, sich zu bewegen, höher zu bewerten, als meine Gesundheit oder die Gesundheit meiner Kinder? Aber es gibt es halt auch bis jetzt keinen derartigen wissenschaftlich nachvollziehbaren oder irgendwie gesicherten Test. Da ist noch ein bisschen Forschung nötig und bis dahin werden wir über die Grinswertgeschichte nicht drum herum kommen. Ja, aber wie gesagt, bei Cannabis-Patienten versucht man das ja. Also die werden ja extra dahin geschickt. Warum? Also da scheint es ja die Möglichkeit zu geben, eine Einschätzung vorzunehmen. Ja, der Punkt ist, dass man die Einschätzung ja auch auf der Straße schaffen müsste, dass das irgendwie auch von Polizisten einigermaßen rechtssicher und wissenschaftlich sauber durchführbar ist. Ja, aber das wird ja jetzt die große Frage sein, ob wir jetzt nicht in dem Zuge mal die Wissenschaft da dran lassen. Und früher wurde ja immer mit dem Argument, jede Wissenschaft verhindert, dass man das nicht ethisch rechtfertigen und Leute unter THC auf ihrem Testgelände fahren zu lassen. Das hat man ja bei Cannabis-Patienten gemacht, so eine Studie in Heidelberg, wo man dann rausgefunden hat, trotz hoher Wert, eigentlich ganz okay, keine Unterschiede. Und das, finde ich, gilt es jetzt massiv auszuweiten. Wie gesagt, Verkehrssicherheit ist ein hohes Gut. Klar, muss auch nicht um jeden Preis durchgesetzt werden, aber mal was Belastbares mit Aussagekraft und nicht die ganze Zeit diesen alten Kamellen, ja, also Nachweis gleich Wirkung und gleich Existenzvernichtung. Da hat man ja kann das drauf eben. Genau. Das mal so als kleiner Essay, bevor wir jetzt wieder auf die konkreten Pläne zurückkommen. Wann kommt der Grenzwert? Kann ich vielleicht auch was zu sagen? Mach das bitte. Alle gespannt. Ja, ist tatsächlich da jetzt gerade rausgekommen, diese Formulierungshilfe für den Bundestag und den Verkehrsausschuss. Was bedeutet, dass es ein Schnellverfahren, wenn die Regierung selber ein Gesetz in den Bundestag einbringt, dann gibt es zweimal eine Beteiligung vom Bundesrat, eine erste Beteiligung und eine zweite und die erste dauert sechs Wochen und die zweite drei Wochen. Das haben wir gerade beim Cannabis-Gesetz alles genau so gesehen. Wenn der Bundestag selber aber ein Gesetz einbringt und nicht die Regierung, dann sparen die sich diese erste Runde Bundesrat. Heißt, anderthalb Monate haben sie schon mal gespart und ich gehe davon aus, dass diese Formulierungshilfe jetzt von Ampelfraktionen gemeinsam relativ bald eingebracht wird, vermutlich auch ohne großartige Änderungen und ich gehe davon aus, dass das Ziel dieser Angelegenheiten ist, vor der Sommerpause das Ganze noch auf die in Kraft treten zu lassen mit dem neuen Grenzwert, was dann vermutlich Richtung Anfang Juli der Fall sein sollte. Aber das, was du mir hier so vorgelegt hast, ist, dann müssen wir feststellen, es gibt neun Ordnungswidrigkeiten. Tatbestand in Paragraphen 24b Alkoholverbot für Cannabiskonsumenten. Da steht eine Menge Zeug drin, ja, was schwierig ist. Das ist eh die Tendenz, die man so sagen muss, na, Alkohol und Cannabis wird schwierig. Also war davor schon schwierig, Mischkonsum war sofortiger Entzug der Fahrerlaubnis und Mischkonsum lag vor, erreichen ein Nanogramm und 0,2 BRK. Ja, das wäre jetzt natürlich ein bisschen besser bei 3,5 Nanogramm, aber es gilt auch immer 0,2 BRK. Und so muss man sehen. Wobei, das noch schlimmer hätte kommen können, weil in der Expertenkommission dann nur ganz pauschal die Rede davon war, dass für Cannabiskonsumenten ein totales Alkoholverbot gelten sollte und dann auch gar nicht klar war, wie definieren den überhaupt Cannabiskonsumenten. Hätte auch sein können, dass sie da wieder auf Abbauprodukte im Blut rausgehen und sagen, hier, der hat aber doch vor drei Wochen gekifft, das ist ein Cannabiskonsument und der darf jetzt kein Alkohol im Blut haben. Das hatten wir in der Vergangenheit gemacht mit einem Ein-Nanogramm, also da hat man viele erwischt. Und hier geht es im Prinzip nur darum, okay, wenn du wirklich über 3,5 Nanogramm bist und zusätzlich mehr als 0,2 pro Meter Alkohol im Blut hast, dann ist das eben so ein verbotener Mischkonsum. Also man, da finde ich beides gleichzeitig in der Menge quasi beim Autofahren im Blut haben. Und die Folge ist ja erstmal von dem, was jetzt hier in dem Papier drinsteht, ein erhöhtes Bußgeld, mehr Fahrverbot glaube ich auch, aber das ist ja nicht so ganz so entscheidend. Ja, dann gut, dann habe ich halt 500 Euro mehr Kosten oder so. Die Frage ist eher, ob das dann auch wieder auf diese Frage, wann besteht Missbrauch, durchschlägt. Wenn man da zum Beispiel eben 0,3 Promille Alkohol hat plus 4 Nanogramm THC zum Beispiel, möglicherweise gehen die Führerscheinstellen dann wieder auf Missbrauch. Ja, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Genau. Aber die andere Sache, die man hier eben sieht, ist, und da müssen uns, glaube ich, alle nochmal zusammensetzen und auch gucken, was man da machen kann, aber wenn ich hier sehe, wie Missbrauch definiert wird, dann wird das gefährlich. Also, die definieren hier in diesem Entwurf Missbrauch eben damit, dass man einfach einmal gegen diesen, gegen das Trennungsgebot verstößt, mit mehr als 3,5 Nanogramm im Straßenverkehr aufgegriffen wird und dann hätten wir ein Problem, weil dann gilt nicht das, was wir davor gesagt haben, erst beim wiederholten Verstoß darf eine MPU auferlegt werden. Wenn das durchgeht, haben wir sofort Missbrauch und das, da sollte man sich nochmal auf die Hinterbeine stellen, soll man sich da die Frage stellt, was dann der 13a Vererlaubnisverordnung wirklich soll. Genau, da werden wir uns auch auf die Hinterbeine stellen und das ist auch der Grund, wieso ich eben so darauf insistiert habe, wir reden jetzt erstmal über die jetzt geltende Gesetzlage und Rechtslage, auch was eben die Möglichkeit angeht, den Führerschein die Wiedererteilung zu beantragen und so weiter, wenn man nur einen Verstoß hat und so, das könnte sich eben dadurch nochmal deutlich ändern, diese Missbrauchsfrage, weil da dann schon nach einem Verstoß möglicherweise wieder fehlendes Trennungsvermögen unterstellt wird, wenn das so durchkommen sollte, was aber noch nicht klar ist, vielleicht kriegen wir das verhindert. Ja, wir befinden uns weiterhin im spekulativen Bereich jetzt mit diesem Gesetzentwurf, den wir jetzt vor der Nase liegen haben, aber natürlich noch nicht wissen, ob der genau so verabschiedet wird oder nicht, aber das vorausgesetzt nochmal kommt hier die Frage, was droht einem denn, wenn man über 3,5 Nanogramm dann demnächst im Verkehr auffällt. Also ich sehe da jetzt keine großartige Erhöhung der Bußgelder bei reinen THC-Verstoß, 500 Euro ein Monat Fahrverbot hatten wir vorher auch. Diese Erhöhung, wenn man schon mal eine Eintragung hat, ist auch alt. Da ist eigentlich keine Neuerung. Was neu ist, ist eben dann, wenn Alkohol im Spiel ist, dann wird es teurer. Wir haben das in der Begründung auch zu diesem Kangeh, wurde das ja auch schon ausgeführt, dass man da eigentlich klar gemacht hat, Alkohol und Cannabis sind zu trennen. Und da ist es eben mehr als 3,5 Nanogramm und mehr als 0,2 pro mehr, also BAK, dann hat man schon tausende Euro Fahrverbot. Und ich befürchte, dass das auf jeden Fall dann ein Fall des Missbrauchs sein wird. Nach Paragraph 13 Fahrerlaubnis verordnung mit sofortigem Entzug Fahrerlaubnis ist meine Interpretation, weil wenn die da den Missbrauch drin haben und wie gesagt, wir hoffen ja, dass die sich nicht mit durchsetzen, dass jetzt jeder normale Verstoß gegen 3,5 Nanogramm jetzt schon Missbrauch begründet, weil dann hätte diese ganze Regelung ja keinen Sinn, dieser Mischkonsum von Alkohol, da wird man vorsichtig sein müssen. Ja, okay. Die Frage, wieso 3,5, warum nur umgerechnet circa 0,2 Promille, ja, ist halt ein politischer Kompromiss, es gab progressive Leute in dieser Expertenkommission und es gab die alten Knochen, die am liebsten bei eins geblieben wären, dass es halt das, was machbar war, was irgendwie einigermaßen konsensfähig war, man kann sich die Berechnungsmethode ja nochmal genau angucken, die wird auch nochmal erklärt in dieser Expertenkommission, ich verlinke euch das auch hier in der Videobeschreibung nochmal, könnt ihr mal nachgucken, wenn ihr das wissen wollt, wie sie sich das zurecht gezupft haben mit den 3,5. Das ist auch interessant, ich finde diese ganzen Studien, die da zitiert werden, das ist wirklich auch mal interessant, war auch in der Studie aufgeführt, und unter zwei Nanogrammen eigentlich gibt es gar nichts, also keine Ausfallerscheinung, nichts, also keine Beeinträchtigung, das ist schon relativ bitter, wie so Leute zwischen ein und zwei Nanogramm die letzten Jahrzehnte, da wie gesagt ihre Feierlaubnis verloren haben, und klar, es ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibend, aber für viele Mandanten schon Meilenstein, also das ist nicht unser perfektes Ergebnis, aber schon zumindest ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wenn jetzt einem Ausfallerscheinungen angedichtet werden, und man ist über 3,5, muss man dann direkt zur MPU? Ja, dann hat man erstmal wahrscheinlich ein Strafverfahren am Hals, das muss einem klar sein, ja, wir haben ja keine mit dem Alkohol vergleichbaren Werte, wissen wir, ab 1,1 Promille BAK ist man absolut fahrungeeignet, also da kann man auch nicht mehr diskutieren und mit Gewöhnung argumentieren, das ist unwiderlegbar, da kriegt man eben eine Geldstrafe, eine strafrechtliche Verurteilung, einen Fahrerlaubnisentzug mit Sperrfrist und das droht einem analog auch immer bei Cannabis, wenn Ausfallerscheinungen da sind, deswegen muss man so vorsichtig sein, von dem THC-Wert können die es nicht alleine ableiten, das gibt es nicht her, aber die suchen natürlich dann händeringend immer nach Ausfallerscheinungen, Schwanken, Lallen, Nervosität, was weiß ich, die sind da erfinderisch und deswegen nochmal Vorsicht bei diesen Tests, weil auch so Fahrfehler allein geben das auch nicht so her, also immer wieder erlebt, Autounfall und dann wurde in der THC festgestellt, der versucht dann ein strafrechtliches Verfahren rauszumachen, dann muss man immer gegenhalten, dass auch nüchternen Verkehrsteilnehmern eben Unfälle leider mehr als häufig zustoßen und das hat nicht unbedingt was mit einer angeblichen Berauschung zu tun und daran scheitern die häufig, wenn man da aufgepasst hat und das zeitgleich natürlich das Interesse der Polizei da hoch ist, da Strafdaten zu kreieren, ist uns auch klar, wir haben ja auch die Stellungnahme, mit der der 3,5 Wert abgelehnt wird, der Polizei zur Kenntnis genommen, also die sind jetzt keine Freunde der Neuerung, die hätten gern alles beim alten gelassen und für die ist natürlich das Kangehen mit Anhang ein Ruf aus der Hölle und ein Schritt vor dem Untergang der Zivilisation sozusagen. Es sind jetzt noch eine Menge Fragen, die wir vorher schon beantwortet haben, ich lasse jetzt hier eigentlich nochmal weg, was hier auf der Liste steht, aber zwei habe ich noch, die wir noch nicht hatten, einmal die gilt für Berufskraftfahrer eine andere Regelung, als die jetzt ein Nanogramm und zukünftig 5, 3,5 Nanogramm Klare Antwort und die nächste, was ist, wenn ich im Ausland mit THC im Blut auffalle, bin meinetwegen im Urlaub, was weiß ich, Frankreich unterwegs, werde da erwischt, habe da irgendwie, was weiß ich, Blutprobe oder so, offensichtlich, was weiß ich, sagen wir einfach 10 Nanogramm, THC, kommt das bei der Deutschen Führerscheinstelle an, was passiert dann? Eher selten, aber wenn es ankommt, kann es verwertet werden, also muss man immer gucken, also der Austausch wird natürlich auch zwischen den europäischen Partnerländern immer besser, der anderen Seite ist häufig, was interessiert es die wirklich, also es ist ja zusätzliche Arbeit, aber wenn die Behörde davon Kenntnis erlangt und die Werte so halbwegs belastbar zustande gekommen sind, sind, also jetzt ohne Androhung von Folter, was weiß ich was und mit halbwegs passabem Rechen, ja, also wie man es dann ermittelt hat, dann kann das theoretisch verwandt werden, aber es sind mir nicht viele Fälle und das ist gut. Dann haben wir zum Abschluss jetzt noch zwei Fragen, die eher Richtung DHV jetzt nochmal gehen, einerseits, warum nimmt der DHV den Grenzwert so hin, also wir werden natürlich schon, jetzt sprechen wir wieder zu euch da draußen, wir werden natürlich schon in der Stellungnahme nochmal sagen, dass uns der Grenzwert zu niedrig ist mit dreieinhalb, dass da eben keine Gleichstellung mit Alkohol bedeutet, dass man da dann einen höheren Grenzwert bräuchte und das auch verantwortbar wäre, einen höheren Grenzwert zu nehmen, dass dann auch zum Beispiel bis sieben Nanogramm sicherlich jetzt keine großartige Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit zu erwarten wäre, unserer Meinung nach auch eher bei zehn, aber wir werden den nicht verändern können, ich sehe überhaupt keine Chance, selbst wenn wir jetzt irgendwie riesige Aktionen auffahren würden und jede Menge Geld ausgeben würden für PR und wenn wir eine Dauerdemo irgendwo veranstalten würden hier in Berlin vor einem Bundes- was weiß ich-Tag oder auch vor Länderparlamenten, ja, ich sehe null Chance, dass wir da jetzt einen höheren Grenzwert irgendwie durchsetzen, können würden. Weil eben das zum Beispiel ganz anders war als bei der Legalisierung an sich und bei der Endkriminalisierung beim Cannabis-Gesetz, wo wir ja jede Menge Theater gemacht haben, um eben da was durchzusetzen, da waren wir moralisch ziemlich klar auf der richtigen Seite und hatten gute Argumente dafür, wieso das jetzt so sein soll. Aber es gibt irgendwie keine belastbaren Argumente dafür, dass der Grenzwert für THC im Straßenverkehr eine bestimmte Höhe haben sollte. Ja, das ist auch so eine Gefährlichkeitsdiskussion, die wollen einfach von irgendeinem, von Fachleuten einen Grenzwert genannt kriegen, der sicher ist, wo sie sich nicht in die Gefahr begeben, daran schuld zu sein, wenn irgendwann jemand, ein Kind totfährt, meinetwegen, ja, da sind ja dramatische, skandalisierbare Fälle denkbar, ne, und dann ist die Politik schuld, weil sie, wenn die Leute jetzt alle bekifft, durch die Gegend fahren, das sind ja so die Horror-Szenarien, die man sich vorstellt, der Bildzeitung und das aufmacht und so, deswegen werden die da möglichst die Finger voranlassen, werden der Expertenkommission folgen, endlich, gibt das jetzt überhaupt irgendwie einen vernünftigen Vorschlag, es gab vorher von der offiziellen Grenzwertkommission keinen Vorschlag, der hat sich nicht geeinigt, hat sich nicht einigen können, der Verkehrsgerichtstag hat sich nicht einigen können, der hat nur gesagt, die Politik möge den Grenzwert hochsetzen, konnte sich nicht einigen auf einen konkreten Vorschlag und jetzt mit Hänge und Würgen haben sie es geschafft, diese extra neu eingerichtete Grenzwertkommission dazu zu bringen, 3,5 vorzuschlagen, irgendeinen Vorschlag zu machen, den werden die jetzt nehmen und verabschieden und fällig, weil es gibt überhaupt keine Alternative, wo Experten eben höheren Grenzwert im Konsens geeinigt vorgeschlagen haben, ja, und der Handverband wird da mit Sicherheit nicht als einzige Lobbyorganisation einen wesentlich höheren Grenzwert durchsetzen können, ja, da teile ich für vollkommen ausgeschlossen. Ja, man muss festhalten, dass es eben auch ein Meilenstein ist, also es ist wirklich ein Meilenstein und klar, man wünscht sich größere Schritte, aber es ist ein ganz wichtiger Schritt und der muss erstmal gegangen werden, um dann vielleicht auch graduell noch weitere Anpassungen irgendwann vorzunehmen, aber dieser Schritt war wirklich wichtig, weil wäre der nicht gekommen, hätte es eine Katastrophe gegeben, ja, da hätten verdammt viele Leute ihre Fahrerlaubnis verloren und man muss auch sagen, dass die Experten, die sich da zusammengerauft haben, haben sich da auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, also die werden nicht nur Liebe von ihren Kollegen da erfahren, das ist wichtig gewesen, wirklich groß. Ja, der möge schnell kommen, im Moment haben wir noch ein Nanogramm, das schlimmste, das allerschlimmste, was passieren kann, dass das jetzt noch ewig dauert, mit dem ein Nanogramm, dass wir, auch wenn wir da jetzt zu viel Unruhe reinbringen und das vielleicht nochmal irgendwie vertagt wird und so weiter, die Gegner sind ja auch nicht leise, sag ich mal und dann eben nicht jetzt kommt. Jeden Monat, den das jetzt länger dauert, wird Führerscheinekosten letztendlich und das wollen wir natürlich vermeiden, zumal eben der allergrößte Teil tatsächlich der Betroffenen, denen jetzt eine Drogenfahrt unterstellt wird, obwohl sie nüchtern sind, da eben raus sind aus der Nummer dann mit dreieinhalb Nanogramm, auch wenn natürlich immer noch Leute davon betroffen sein werden, deswegen hätten wir gerne einen höheren Grenzwert, aber das jetzt zu verzögern oder in Frage zu stellen und so weiter, ohne Aussicht auf irgendwie Erfolg, auf einen höheren Grenzwert, wäre jetzt einfach fahrlässig. Wir haben andere Themen, um die wir uns noch kümmern, wäre zum Beispiel der Cut-Off-Wert der Speichertests, dass der eben eher acht Stunden, statt zwölf Stunden irgendwie noch anzeigt, solche Fragen, oder was genau ist Missbrauch, das sind eben die Fragen, wo wir nochmal ran gehen werden. Das muss man sich jetzt wehren müssen, weil es ein bisschen vergiftet jetzt ist, finde ich. Also da bin ich schon halbwegs empört, dass die da jetzt doch wieder versuchen, Misstrauch beim einmaligen Verstoß dagegen dieses Trennungsgebot dazu kreieren. Das ist so ein bisschen vergiftet. Auf der anderen Seite muss man auch wieder klar sagen, das, was wir gesagt haben zur jetzt geltenden Rechtslage oder wie wir sie interpretieren, gilt natürlich für alle Fälle, die dann unter 3,5 Nanogramm liegen, in jedem Fall, selbst wenn man mit Missbrauch argumentieren sollte. Also die Fälle, die früher ihre Fahrleitmus verloren haben, derzeit keinen Führerschein haben, selbst wenn diese ganz ätzende Änderung kommt mit diesem Anhang Missbrauch, wer unter 3,5 liegt, hat keinen Verstoß. Also das ist auch kein einmaliger Verstoß. Ich denke, das müsste dann relativ klar sein. Ich wüsste nicht, wie man das den Leuten dann noch vorwerfen soll. Also in diesen Details, da haben wir noch Chancen, Dinge durchzusetzen und deswegen konzentrieren wir uns lieber da drauf, bevor wir uns halt irgendwie in einem Riesenkampf nicht gewinnbaren Kampf irgendwie verstricken und dann keiner mehr auf uns hört, wenn wir sagen, hier, was ist mit den Cut-Off-Werten, was ist mit der Missbrauchfrage und so weiter. Wir werden uns darauf halt konzentrieren. Ja, man muss auch gucken, mit politischem Unmut, ne? Also die haben schon ganz schön sich da aus dem Fenster gelehnt. das ist natürlich für CDU, AfD ein gefundenes Fressen. Und dass man jetzt nicht total glücklich ist mit der gefundenen Regeln, das ist auch klar, aber es ist, wie gesagt, auch wieder in Drogenpolitik ein Meilenstein. Es muss einem auch klar sein, dass es jetzt nicht super 1 plus mit Sternchen ist, das ist auch klar, aber die Alternative wäre alles so weiter für die nächsten fünf Jahre oder was weiß ich. Für die meisten wäre wahrscheinlich ein Alarmzeichen, wenn der Handverband total happy wäre mit dem Grenzwert. Und die letzte Frage, die jetzt da noch auch Richtung uns kommt oder Richtung Politik kommt, ist der Grenzwert zustimmungspflichtig? Also diese Änderung der Vererlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz und so weiter, meiner Meinung nach nicht. Nach allem, was ich weiß und höre von diversen Juristen, kein Mensch sagt irgendwie, dass er zustimmungspflichtig wäre im Bundesrat. Das ist also genauso wie das Cannabisgesetz, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Ein Einspruchsgesetz kann trotzdem passieren, dass der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft, genau das, was wir gerade zuletzt ja verhindert haben beim Cannabisgesetz, den Kampf wir immer auch wieder haben. Das könnte natürlich sein, dass die konservativen Bundesländer alle sagen, wir wollen das nicht mit den dreieinhalb Nanogramm. Insofern ist das auch noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Auch da müssen wir nochmal aufpassen oder könnten nochmal Gegenwind sehen. Aber sie können letztendlich nicht mit dem Veto verhindern, wenn der Bundestag dazu steht. Sie können aber mächtig verzögern und dadurch nochmal einen Haufen Führerscheine nochmal irgendwie den Leuten aus dem Kreuzlein haben. Gut, dann sind wir durch für heute. Ich danke dir für diese epische Fragen zu beantworten. Das ist immer eine schwierige Situation. Hat Spaß. Ja, finde ich auch. Leute, denkt an die Sprungmarken, ja, sucht in der Videobeschreibung die Frage, die ihr habt. Ihr müsst halt nicht das ganze Brett hier durchgucken, wenn ihr irgendwie eine einzelne Frage beantwortet kriegen wollt. Mit ein bisschen Glück findet ihr die in der Videobeschreibung. Danke Oliver nochmal, danke euch fürs lange Durchhalten hier, falls ihr doch alles gesehen habt und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Career Bis zum nächsten Mal.